Robert Musil Die Vollendung der Liebe Kannst du wirklich nicht mitfahren? Es ist unmöglich. Du weißt, ich muss trachten, jetzt rasch zu Ende zu kommen. Aber Lilly würde sich so freuen. Gewiss, gewiss, aber es kann nicht sein. Und ich hab gar keine Lust, ohne dich zu reisen. Seine Frau sagte das, während sie den Tee einschenkte und sie sah dabei zu ihm herüber, der in der Ecke des Zimmers in dem hell geblümten Lehnstuhl saß und an einer Zigarette rauchte. Es war Abend und die dunkelgrünen Jalousien blickten außen auf die Straße in einer langen Reihe anderer dunkelgrüner Jalousien, von denen sie nichts unterschied. Wie ein paar dunkel und gleichmütig herabgelassene Lieder verbargen sie den Glanz dieses Zimmers, in dem der Tee aus einer matten, silbernen Kanne jetzt in die Tassen fiel, mit einem leisen Klingen aufschlug und dann im Strahle still zu stehen schien, wie eine gedrehte, durchsichtige Säule aus strohbraunem, leichtem Topaz. In den etwas eingebogenen Flächen der Kanne lagen Schatten von grünen und grauen Farben, auch blaue und gelbe. Sie lagen ganz still, wie wenn sie dort zusammengeflossen wären und nicht weiter könnten. Der Arm der Frau aber ragte von der Kanne weg und der Blick, mit dem sie nach ihrem Manne sah, bildete mit ihm einen starrensteifen Winkel. Gewiss einen Winkel, wie man sehen konnte. Aber jenes andere, beinahe körperliche, konnten nur diese beiden Menschen in ihm fühlen, denen es vorkam, als spannte er sich zwischen ihnen wie eine Strebe aus härtestem Metall und hielte sie auf ihren Plätzen fest und verbände sie doch, trotzdem sie so weit auseinander waren, zu einer Einheit, die man fast mit den Sinnen empfinden konnte. Er stützte sich auf ihre Herzgruben und sie spürten dort den Druck. Er richtete sie steif an den Lehnen ihrer Sitze in die Höhe, mit unbewegten Gesichtern und unverwandten Blicken und doch fühlten sie dort, wo er sie traf, eine zärtliche Bewegtheit, etwas ganz Leichtes, als ob ihre Herzen wie zwei schwärme kleine Schmetterlinge ineinander flatterten. An diesem dünnen, kaum wirklichen und doch so wahrnehmbaren Gefühl hing wie an einer leise zitternden Achse das ganze Zimmer und dann an den beiden Menschen, auf die sie sich stützte. Die Gegenstände hielten umher den Atem an, das Licht an der Wand erstarrte zu goldenen Spitzen. Es schwieg alles und wartete und war ihretwegen da. Die Zeit, die wie ein endlos glitzernder Faden durch die Welt läuft, schien mitten durch dieses Zimmer zu gehen und schien mitten durch diese Menschen zu gehen und schien plötzlich einzuhalten und ganz steif zu werden, ganz steif und still und glitzernd. Und die Gegenstände rückten ein wenig aneinander. Es war jenes Stillstehen und dann leise Senken, wie wenn sich plötzlich Flächen ordnen und ein Kristall sich bildet. Um diese beiden Menschen, durch die eine Mitte lief und die sich mit einem Mal durch dieses Atem anhalten und wölben und um sie lehnen, wie durch tausende spiegelnde Flächen ansahen und wieder so ansahen, als ob sie einander zum ersten Mal erblickten. Die Frau setzte den Tee ab, ihre Hand legte sich auf den Tisch. Wie erschöpft von der Schwere ihres Glücks, sank ein Jedes in seine Kissen zurück. Und während sie sich mit den Augen aneinander festhielten, lächelten sie wie verloren und hatten das Bedürfnis, nichts vor sich zu sprechen. Sie sprachen wieder von dem Kranken, von einem Kranken eines Buches, das sie gelesen hatten. Und sie begannen gleich mit einer ganz bestimmten Stelle und Frage, als ob sie daran gedacht hätten, obwohl das nicht wahr war. Denn sie nahmen damit nur ein Gespräch wieder auf, das sie schon durch Tage in einer sonderbaren Weise festgehalten hatte, so als ob es sein Gesicht verbürge und, während es von dem Buche handelte, eigentlich anderswohin sähe. Nach einer Weile waren ihre Gedanken dann auch ganz merklich über diesen unbewussten Vorwand wieder zu ihnen selbst zurückgekehrt. »Wie mag ein solcher Mensch wie dieser G sich wohl selbst sehen?« fragte die Frau und sprach, in Nachdenken versunken, fast nur wie für sich allein, weiter. »Er verführt Kinder, er verleitet junge Frauen, sich selbst zu schänden, und dann steht er da und lächelt und starrt gebannt auf das bisschen Erotik, das irgendwo wie ein schwacher Schein in ihm Wetter leuchtet. Glaubst du, dass er Unrecht zu handeln meint?« »Ob er es meint?« »Vielleicht, vielleicht nicht,« antwortete der Mann. »Vielleicht darf man bei solchen Gefühlen gar nicht so fragen.« »Ich glaube aber,« sagte die Frau, und jetzt zeigte sich darin, dass sie gar nicht von diesem einen zufälligen Menschen sprach, sondern von irgendetwas Bestimmtem, das für sie bereits hinter ihm dämmerte. »Ich glaube, er meint gut zu handeln.« Die Gedanken liefen nun eine Weile lautlos, Seite an Seite, dann tauchte sie auf, weit draußen in den Worten wieder auf. Es war trotzdem, es hielten sie einander noch schweigend bei den Händen und wäre schon alles gesagt. Er tut seinen Opfern schlecht, weh. Er muss wissen, dass er sie demoralisiert, ihre Sinnlichkeit verstört und in eine Bewegung bringt, die nie mehr an einem Ziel wird ruhen können. Und dennoch, es ist, als ob man ihn dabei lächeln sähe, ganz weich und bleich im Gesicht, ganz wehmütig und doch entschlossen voll Zärtlichkeit. Mit einem Lächeln, dass voll Zärtlichkeit über ihm und seinem Opfer schwebt, wie ein Regentag über dem Land. Der Himmel schickt ihn, es ist nicht zu fassen, in seiner Wehmut liegt alle Entschuldigung, in dem Fühlen, mit dem er die Zerstörung begleitet. Ist nicht jedes Gehirn etwas Einsames und Alleiniges? Ja. Ist nicht jedes Gehirn etwas Einsames? Diese beiden Menschen, die jetzt wieder schwiegen, dachten gemeinsam an jenen Dritten, Unbekannten, an diesen einen von den vielen Dritten, als ob sie miteinander durch eine Landschaft gingen, Bäume, Wiesen, ein Himmel und plötzlich ein Nichtwissen, warum alles hier blau und dort voll Wolken ist. Sie fühlten alle diese Dritten um sich stehen, wie jene große Kugel, die uns einschließt und uns manchmal fremd und gläsern ansieht und frieren macht, wenn der Flug eines Vogels seine unverständlich taumelnde Linie in sie hineinritzt. Es war in dem abendlichen Zimmer mit einem Mal ein kaltes, weites, mittaghelles Alleinsein. Da sagte einer von ihnen, und es war, wie wenn man leise eine Geige anstriche, er ist wie ein Haus mit verschlossenen Türen. In ihm ist, was er getan hat, vielleicht wie eine weiche Musik, aber wer kann sie hören? Es würde durch sie vielleicht alles zu sanfter Wehmut. Und der andere antwortete, vielleicht ist er immer wieder mit tastenden Händen durch sie gegangen, um ein Tor zu finden und steht endlich still und legt nur mehr sein Gesicht an die verdichteten Scheiben und zieht von fern die geliebten Opfer und lächelt. Sonst sprachen sie nichts. Aber in ihrem selig verschlungenen Schweigen klang es höher und weiter. Nur dieses Lächeln holt sie ein und schwebt über ihnen und noch aus der zuckenden Häßlichkeit ihrer verblutenden Gebärden pflicht es einen dünnstängligen Strauß und zögert zärtlich, ob sie ihn fühlen und lässt ihn fallen und steigt entschlossen, von dem Geheimnis eines Alleinseins mit bebenden Flügeln getragen wie ein fremdes Tier in die Wunder voller Leere des Raumes. Auf dieser Einsamkeit fühlte sie das Geheimnis ihres Zu-Zweit-Seins ruhen. Es war ein dunkles Gefühl der Welt um sie, das sie aneinander schmiegte. Es war ein traumhaftes Gefühl der Kälte von allen Seiten bis auf eine, wo sie aneinander lehnten, sich entlasteten, deckten, wie zwei wunderbar aneinander gepasste Hälften, die zusammengefügt ihre Grenzen nach außen verringern, während ihr Inneres größer ineinander flutet. Sie waren manchmal unglücklich, weil sie nicht alles bis ins Letzte einander gemeinsam machen konnten. Erinnerst du dich, sagte plötzlich die Frau, als du mich vor einigen Abenden küsstest, wusstest du, dass da etwas zwischen uns war? Es war mir etwas eingefallen im gleichen Augenblick, etwas ganz Gleichgültiges, aber es war nicht du und es tat mir plötzlich weh, dass es nicht du sein musste. Und ich konnte es dir nicht sagen und musste erst über dich lächeln, weil du es nicht wusstest und mir ganz nah zu sein glaubtest und wollte es dir dann nicht mehr sagen und wurde böse auf dich, weil du es nicht selbst fühltest und deine Zärtlichkeiten fanden mich nicht mehr. Und ich traute mich nicht, dich zu bitten, dass du mich lassen solltest, denn in Wirklichkeit war es ja nichts. Ich war dir ja nah in Wirklichkeit und doch war es wie ein undeutlicher Schatten, war es zugleich, als könnte ich fern von dir und ohne dich sein. Kennst du dieses Gefühl? Es stehen manchmal alle Dinge plötzlich zweimal da, voll und deutlich, wie man sie weiß und dann noch einmal blass, dämmernd und erschreckt, als ob sie heimlich und schon fremd der andere anblickte. Ich hätte dich nehmen mögen und in mich zurückreißen und dann wieder dich wegstoßen und mich auf die Erde werfen, weil es möglich gewesen war. War das damals? Ja, das war damals, als ich dann plötzlich unter dir zu weinen begann, wie du glaubtest, aus Übermaß der Sehnsucht mit meinem Fühl noch tiefer in deines zu dringen. Sei mir nicht bös. Ich muss es dir sagen und weiß nicht warum. Es ist ja nur eine Einbildung gewesen. Aber sie schmerzte mich so. Ich glaube, nur deswegen musste ich an diesen G denken. Du ... Der Mann im Sessel hatte die Zigarette weggelegt und war aufgestanden. Ihre Blicke klammerten sich fest aneinander. Mit jenem gespannten Schwanken der Körper zweier Menschen, die auf einem Seil nebeneinander stehen. Dann sagten sie nichts, sondern zogen die Läden hoch und sahen auf die Straße hinaus. Ihnen war, als lauschten sie auf ein Knistern von Spannungen in sich, die etwas wieder neu formten und zur Ruhe legten. Sie fühlten, dass sie ohne einander nicht leben konnten und nur zusammen wie ein kunstvoll in sich gestütztes System das zu tragen vermochten, was sie wollten. Wenn sie aneinander dachten, erschien es ihnen fast krank und schmerzhaft, so zart und gewagt und unerfassbar fühlten sie in einer Empfindlichkeit gegen die kleinste Unsicherheit in seinem Innern ihr Verhältnis. Nach einer Weile, als sie im Anblick der fremden Welt draußen wieder sich geworden waren, wurden sie müde und wünschten nebeneinander einzuschlafen. Sie fühlten nichts als einander und doch war es, schon ganz klein und im Dunkel verschwindend, noch ein Gefühl wie nach allen vier Weiten des Himmels. Am nächsten Morgen fuhr Claudine nach der kleinen Stadt, wo das Institut war, in dem ihre 13-jährige Tochter Lilly erzogen wurde. Dieses Kind stammte aus ihrer ersten Ehe, aber sein Vater war ein amerikanischer Zahnarzt, den Claudine während eines Landaufenthaltes von Schmerzen gepeinigt aufgesucht hatte. Sie hatte damals vergeblich auf den Besuch eines Freundes gewartet, dessen Eintreffen sich über alle Geduld hinaus verzögerte und in einer eigentümlichen Trunkenheit von Ärger, Schmerzen, Äther und dem runden weißen Gesicht des Dentisten, das sie durch Tage beständig über dem ihren schwebend sah, war es geschehen. Es erwachte niemeiß das Gewissen in ihr wegen dieses Vorfalls noch wegen irgendeines jenes ersten verlorenen Teiles ihres Lebens. Als sie nach mehreren Wochen noch einmal zur Nachbehandlung kommen musste, ließ sie sich von ihrem Stubenmädchen begleiten und damit war das Erlebnis für sie beendet. Es blieb nichts davon als die Erinnerung an eine sonderbare Wolke von Empfindungen, die sie eine Weile wie ein plötzlich über den Kopf geworfener Mantel verwirrt und erregt hatte und dann rasch zu Boden geglitten war. Denn es blieb ein Merkwürdiges in all ihrem damaligen Tun und Erleben. Es kam vor, dass sie kein so schnelles und gehaltenes Ende fand wie jenes einem Mal und lange scheinbar ganz unter der Herrschaft irgendwelcher Männer stand, für die sie dann bis zur Selbstaufopferung und vollen Willenlosigkeit alles tun konnte, was sie von ihr verlangten. Aber es geschah nie, dass sie nachher das Gefühl starke und wichtige Ereignisse hatte. Sie beging und erlitt Handlungen von einer Stärke der Leidenschaft bis zur Demütigung und verlor doch nie ein Bewusstsein, dass alles, was sie tat, sie im Grunde nicht berühre und im Wesentlichen nichts mit ihr zu tun habe. Wie ein Bach rauschte dieses Treiben einer unglücklichen, alltäglichen, untreuen Frau von ihr fort. Und sie hatte doch nur das Gefühl, reglos und in Gedanken daran zu sitzen. Es war ein niemals deutliches Bewusstsein einer fernbegleitenden Innerlichkeit, dass diese letzte Zurückhaltung und Sicherheit in ihr bedenkenloses sich den Menschen ausliefern brachte. Hinter allen Verknüpfungen der wirklichen Erlebnisse lief etwas unaufgefunden dahin. Und obwohl sie diese verborgene Wesenheit ihres Lebens nie noch ergriffen hatte und vielleicht sogar glaubte, dass sie niemals bis zu ihr hin wäre dringen können, hatte sie doch bei allem, was geschah, davon ein Gefühl wie ein Gast, der ein fremdes Haus nur ein einziges Mal betritt und sich unbedenklich und ein wenig gelangweilt allem überlässt, was ihm dort begegnet. Und dann war alles, was sie tat und litt, für sie in dem Augenblick versunken, wo sie ihren jetzigen Mann kennengelernt hatte. Sie war von da in eine Stille und Einsamkeit getreten, es kam nicht mehr darauf an, was vor dem gewesen war, sondern nur auf das, was jetzt daraus wurde. Und alles schien nur dazu da gewesen zu sein, daß sie einander stärker fühlten oder war überhaupt vergessen. Ein betäubendes Empfinden des Wachsens hob sich wie Berge von Blüten um sie und nur ganz fern blieb ein Gefühl von ausgestandener Not, ein Hintergrund von dem sich alles löste, wie in der Wärme schlaftrunken Bewegungen aus hartem Frost erwachen. Nur ein einziges lief vielleicht dünn, blass und kaum wahrnehmbar von ihrem damaligen Leben in das jetzige hinein. Und dass sie gerade heute wieder an alles denken musste, konnte durch Zufall gekommen sein. Oder weil sie zu ihrem Kinde fuhr oder wegen irgendeines Gleichgültigen sonst. Es war aber erst am Bahnhof aufgetaucht, als sie dort, unter den vielen Menschen und von ihnen, bedrückt und beunruhigt, plötzlich leise von einem Gefühl berührt wurde, dass sie, wie es so halb und verschwindend vorbeitrieb, dunkel und fern und doch in fast leibhafter Gleichheit an jenen beinahe vergessenen Lebensabschnitt erinnerte. Ihr Mann hatte keine Zeit gehabt, Claudine zur Bahn zu begleiten. Sie wartete allein auf den Zug und sie drängte und stieß sich die Menge und schob sie langsam hin und her wie eine große schwere Woge von Spüllicht. Die Gefühle, die ringsum auf den morgendlich geöffneten bleichen Gesichtern lagen, schwammen auf ihnen durch den dunklen Raum wie laich auf fahlen Wasserflächen. Es ekelte ihr. Sie empfand den Wunsch, was sich hier trieb und schob, mit einer nachlässigen Gebärde von ihrem Weg zu scheuchen. Aber war es die körperliche Überlegenheit um sie, was sie entsetzte? Oder nur dieses trübe gleichmäßige gleichgültige Licht und einem riesigen Dach von schmutzigem Glas und wirren eisernen Streben? Während sie scheinbar gleichmütig und höflich unter den Menschen ging, fühlte sie, daß sie es tun mußte und erlitt es im Innersten wie eine Demütigung. Sie suchte vergeblich in sich einen Schutz. Es war, als hätte sie sich langsam und wiegend in dem Gedränge verloren. Ihre Augen fanden sich nicht mehr zurecht. Sie konnte sich auch nicht auf sich besinnen und wenn sie sich mühte, spannte sich ein dünner, weicher Kopfschmerz vor ihre Gedanken. Sie eingezogen ging ging zwischen ihnen, voll Hochmut und zuckte zusammen, wenn ihr jemand zu nahe kam und verbarg sich hinter einer bescheidenen Miene und fühlte dabei heimlich entzückt ihr Glück, wie es schöner wurde, wenn sie nachgab und sich dieser leise wirren Angst überließ. Und daran erkannte sie es. Denn so war es damals. Ihr kam plötzlich vor, einst, als sei sie lange irgendwo und doch nie fern gewesen. Es war ein Dämmerndes um sie und Ungewisses, wie das ängstliche Verbergen von Leidenschaften Kranker, ihr Tun riss sich in Stücken von ihr los und wurde von den Gedächtnissen fremder Menschen davongetragen. Nichts hatte jenen Ansatz zur Frucht in ihr zurückgelassen, der eine Seele leise zu schwellen anfängt, wenn die anderen glauben, sie völlig entblättert zu haben und sich satt von ihr abwenden. Und doch lag blass bei allem, was sie litt, ein Schimmer, wie von einer Krone und in dem dumpfen Summen Weh, was begleitete, zitterte ein Glanz. Zuweilen war ihr dann, als brennten ihre Schmerzen wie kleine Flammen in ihr und irgendetwas trieb sie, ruhelos, neu zu entzünden. Sie glaubte dabei einen schneidenden Reif, um die Stirn zu fühlen, so unsichtbar und unwirklich wie aus Traum und Glas. und manchmal weist nur ein fernes kreisendes Singen in ihrem Kopf. Claudine saß reglos, während der Zug mit leisem Schütteln durch die Landschaft fuhr. Ihre Mitreisenden unterhielten sich, sie hörte es nur wie ein Rauschen. Und während sie jetzt an ihren Mann dachte und ihre Gedanken von einem weichen, müden Glück umschlossen waren wie von Schneeluft, war es durch bei aller Weichheit etwas, das fast am Bewegen hinderte. Und wie wenn ein genesender, an das Zimmer gewöhnter Körper die ersten Schritte im Freien tun soll, ein Glück, das still stehen macht und beinahe wehtut. Und dahinter rief noch immer dieser unbestimmt schwankende Ton, den sie nicht fassen konnte, fern, vergessen, wie ein Kinderlied, wie ein Schmerz, wie sie, in weiten, schwankenden Kreisen zog er ihre Gedanken nach sich und sie konnten ihm nichts ins Gesicht sehen. Sie lehnte sich zurück und blickte zum Fenster hinaus. Es erschöpfte sie länger daran zu denken. Ihre Sinne waren ganz wach und empfindlich, aber etwas hinter den Sinnen wollte still sein, sich dehnen, die Welt über sich hingleiten lassen. Telegrafenstangen werden, wie wenn Wände sich auftun, etwas Gelöstes und Entlastendes und ganz Zärtliches. Selbst von ihrem Körper hob sich die sanfte Schwere. In den Ohren ließ sie ein Gefühl wie von tausendem Schnee und allmählich nichts als ein beständiges lockeres Klirren. Ihr war, als lebte sie mit ihrem Mann in der Welt wie in einer schäumenden Kugel voll Perlen und Blasen und federleichter rauschender Wölkchen. Sie schloss die Augen und gab sich dem hin. Aber nach einer Weile begann sie wieder zu denken. Das leichte, gleichmäßige Schwanken des Zuges, das aufgelockerte, tauernde Natur draußen. Es war, als hätte sich ein Druck von Glodin gehoben, als fiel ihr plötzlich ein, dass sie allein war. Sie sah unwillkürlich auf. Um ihre Sinne trieb es noch immer in leise rauschenden Wirbeln dahin. Es war, wie wenn man eine Tür, deren man sich nie anders als geschlossen entsinnt, einmal offen findet. Vielleicht hatte sie den Wunsch danach schon lange empfunden, vielleicht hatte es verborgen etwas hin und her geschwungen in der Liebe zwischen ihr und ihrem Mann, aber sie hatte nicht gewusst, als dass es sie immer fester wieder aneinander zog. Nun war er plötzlich als hätte es heimlich etwas lange geschlossenes in ihr zersprengt. Es stiegen langsam wie aus einer kaum sichtbaren, aber bis an irgendeine tiefe reichenden Wunde in kleinen unaufhörlichen Tropfen daraus Gedanken und Gefühle empor und weiteten die Stelle. Es gibt so viele Fragen in dem Verhältnis zu geliebten Menschen, über die der Bau des gemeinsamen Lebens hinausgeführt werden muss, bevor sie zu Ende gedacht sind. Und später lässt das Gewordene keine Kraft mehr frei, um es sich anders auch nur vorzustellen. Dann steht wohl irgendwo am Weg ein sonderbarer Pfahl, ein Gesicht, säumt ein Duft, verläuft in Gras und Steinen ein nie betretener Pfad. Man weiß, man müsste zurückkehren, sehen, aber alles dringt vorwärts, nur wie Spinnwebfaden, Träume. Ein raschelnder Ast zögert etwas am Schritt und von einem nicht gewordenen Gedanken strahlt eine stille Lähmung aus. In der letzten Zeit, manchmal vielleicht etwas häufiger, war dieses Zurücksehen, ein stärkeres sich zurückbiegen nach der Vergangenheit. Claudines Treue lehnte sich dagegen auf, gerade weil sie keine Ruhe, sondern ein Kräfte freimachen war. Ein gegenseitiges einander stützen, ein Gleichgewicht durch die beständige Bewegung nach vorwärts, ein Hand in Hand laufen, aber manchmal kam mittendrin doch plötzlich diese Versuchung stehen zu bleiben, ganz allein stehen zu bleiben und um sich zu sehen. Sie fühlte dann ihre Leidenschaft wie etwas Zwingendes, Nötigendes, Fortreißendes. Und noch wenn es überwunden war und sie Reue fühlte und das Bewusstsein von der Schönheit ihrer Liebe sie von Neuem überkam, war das starr und schwer wie ein Rausch und sie begriff entzückt und ängstlich jede ihrer Bewegungen so groß und steif darin wie in goldenen Brokat verschnürt. Irgendwo aber lockte etwas und lag still und bleich wie März Sonnenschatten auf Frühlings Wunder Erde. Claudine wurde auch in ihrem Glück zuweilen von dem Bewusstsein einer bloßen Tatsächlichkeit fast seines Zufalls befallen. Sie dachte manchmal als müsste noch eine andere ferne Art des Lebens für sie bestimmt sein. Es war das vielleicht nur die Form eines Gedankens die von früher in ihr zurückgeblieben war. Nicht ein wirklich gemeinter Gedanke sondern nur ein Gefühl wie es ihn einst begleitet haben mochte. Eine leere unaufhörliche Bewegung des Spähens und Hinaussehens die zurückweichend und nie zu erfüllend ihren Inhalt längst verloren hatte und wie die Öffnung eines dunklen Gangs in ihren Träumen lag. Vielleicht war es aber ein einsames Glück viel wunderbarer als alles. Etwas Lockeres Bewegliches und Dunkel Empfindsames an einer Stelle ihres Verhältnisses wo in der Liebe anderer Menschen nur knöchern und seelenlos das feste Traggerüst liegt. Eine leise Unruhe war in ihr ein fast krankhaftes sich nach äußerster Gespanntheit Sehnen die Ahnung einer letzten Steigerung und manchmal war es als sei sie einem unbekannten Liebesleid bestimmt Zuweilen wenn sie Musik hörte berührte diese Ahnung ihre Seele heimlich weit draußen irgendwo sie erschrak dann darüber dort im unkenntlichen plötzlich noch ihre Seele zu spüren jedes Jahr aber kam eine Zeit in der Winterwende wo sie sich nach diesen äußersten Grenzen näher fühlte als sonst in diesen nackten entkräftet zwischen Leben und Tod hängenden Tagen empfand sie eine Wehmut die nicht die des gewöhnlichen Verlangens nach Liebe sein konnte sondern fast eine Sehnsucht diese große Liebe die sie besaß zu verlassen als dämmerte vor ihr der Weg einer letzten Verkettung und führte sie nicht mehr zum Geliebten hin sondern fort und schutzlos in die weiche trockene Wellkeit einer schmerzhaften Weite und sie merkte dass das von einer fernen Stelle kam wo ihre Liebe nicht mehr bloß etwas zwischen ihnen allein war sondern in blassen Wurzeln unsicher an der Welt hing wenn sie zusammen gingen waren ihre Schatten nur ganz dünn gefärbt und hingen so locker an ihrem Schritt als vermöchten sie ihn nicht an die Erde zu binden und der Klang des harten Bodens unter ihren Füßen war so kurz und versinkend und kahle Sträucher starrten so in den Himmel daß es in diesen von einer ungeheuren Sichtbarkeit durchschauerten Stunde war als ob sich mit einem Mal die stummen folgsamen Dinge von ihnen losgemacht hätten und seltsam würden und sie waren hoch und aufgerichtet in dem halben Licht wie Abenteurer wie Fremde wie Unwirkliche von ihrem Verhalten ergriffen voll Stücken eines unbegreiflichen in sich dem Nichts antwortete das von allen Gegenständen abgeschüttelt wurde und von dem ein zerbrochener Schein in die Welt fiel der verworfen und ohne Zusammenhang da in einem Ding dort in einem entschwindenden Gedanken aufleuchtete dann vermochte sie zu denken dass sie einem Anderen gehören könnte und es erschien ihr nicht wie Untreue sondern wie eine letzte Vermählung irgendwo wo sie nicht waren wo sie nur wie Musik waren wo sie von niemandem gehörte und von nichts widerhallte Musik waren und dann fühlte sie ihr Dasein nur wie eine knirschende Linie die sie eingrub um sich in dem wirren schweigen zu hören wie etwas wo ein Augenblick den nächsten fordert und sie das wurde was sie tat unaufhaltsam und belanglos und doch etwas blieb was sie nie tun konnte und während ihr plötzlich war als möchte es sein daß sie einander erst mit der Lautheit des einen leisen fast wahnsinnig innigen schmerzlichen Ton nicht hören wollens liebten ahnten ihr die tieferen Verwicklungen und ungeheuren Verschlingungen die in den Pausen geschahen den Lautlosigkeiten den Augenblicken des aus dem Tosen in die uferlose Tatsache Aufwachens und bewusstlosen Geschehnissen mit einem Gefühl dazustehen und mit dem Schmerz des Einsamen Nebeneinander der Hineinragens vor dem alles andere Handeln nur ein Betäuben und Verschließen und mit Lärm sich Einschläfern war liebte sie ihn wenn sie dachte ihm das letzte Erdschwere wehzutun Noch Wochen danach blieb ihre Liebe diese Farbe dann verging es aber oft wenn sie die Nähe eines anderen Menschen fühlte kehrte es schwächer wieder es genügte ein gleichgültiger Mensch der etwas gleichgültige sprach und sie empfand sich wie von dort her angesehen erstaunt warum bist du noch hier es geschah nie dass sie nach solchen fremden Geschöpfen verlangte es war ihr schmerzhaft an sie zu denken es ekelte ihr aber es war mit einem mal das körperlose schwanken der stille um sie und sie wußte dann nicht ob sie sich hob oder sank Claudine sah jetzt hinaus es war draußen alles noch so wie vorher aber ob es nun eine Folge ihrer Gedanken war oder warum sonst schal und unnachgiebig lag ein Widerstand darüber als sähe sie durch eine dünne milchige Widrigkeit hindurch jene unruhige überleichte tausendbeinige Lustigkeit war unerträglich gespannt worden es trippelte und floss überreizt und äffend wie von zwergenhaften Schritten darinnen etwas allzu lebhaftes und blieb für sie doch stumm und tot da dort warf es sich wie ein leeres klappern empor schliff wie mit einer ungeheuren reibung dahin es tat ihr körperlich weh in diese bewegung zu schauen in der ihr empfinden nicht mehr war dieses leben das kurz vorher noch in sie hineingedrungen und gefühl geworden war sah sie noch da draußen voll von sich und benommen aber sobald sie es an sich zu ziehen suchte bröckelten die dinge ab und zerfielen unter ihrem ansehen es entstand eine hässlichkeit die seltsam in den augen bohrte als beugte sich dort ihre seele hinaus weit und gespannt und langte nach etwas und griffe ins leere und mit einem mal fiel ihr ein dass auch sie genauso wie all dies in sich gefangen und auf einen Platz gebunden dahin lebte in einer bestimmten Stadt in einem Hause darin einer Wohnung und einem Gefühl von sich durch Jahre auf diesem winzigen Platz und da war ihr als ob auch ihr Glück wenn sie einen Augenblick stehen bliebe und wartete wie solch ein Haufen grölender Dinge davon ziehen könnte aber es erschien ihr nicht bloß als ein zufälliger Gedanke sondern es war etwas darin von dieser sich grenzenlos aufrichtenden Öde in der ihr Gefühl vergeblich einen Halt suchte und es rührte sie ganz leise etwas an wie es einen Kletterer an einer Wand fasst und es kam ein ganz kalter stiller Augenblick wo sie sich selbst hörte wie ein kleines unverständliches Geräusch an der ungeheuren Fläche und dann an einem plötzlichen Verstummen merkte wie leise sie gesickert war und wie groß und voll grauenhaft vergessener Geräusche dagegen die steinene Stirn der Leere und während sie sich davor einzog wie eine dünne Haut und die lautlose Angst an sich zu denken in den Fingerspitzen spürte und ihre Empfindungen wie kleine Körnchen an ihr klebten und ihre Gefühle wie Sand rieselten hörte sie wieder den eigentümlichen Ton wie ein Punkt ein Vogel schien ihr in der Leere zu schweben und da empfand sie plötzlich alles wie ein Schicksal dass sie gereist war dass die Natur vor ihr zurück wich dass sie sich gleich zu Beginn dieser Fahrt zur Scheu geduckt und gefürchtet hatte vor sich vor den anderen vor ihrem Glück und ihre Vergangenheit erschien ihr mit einem Mal wie ein unvollkommener Ausdruck von etwas das erst geschehen mußte sie sah ängstlich noch immer hinaus aber es begann allmählich unter dem Druck des ungeheuer Fremden ihr Geist sich aller Abwehr und bezwingen wollenden Kräfte zu schämen und ihr war als besenne er sich und es ergriff ihn leise jene feinste letzte geschehen lassende Kraft der Schwäche und er wurde dünner und schmaler als ein Kind und weicher als ein Blatt verblichener Seide und nunmehr mit einem sanft heraufdämmernden Entzücken empfand sie dieses leise tiefste abschiedhafte menschliche Glück der Fremdheit in der Welt mit dem Gefühl nicht in sie eindringen zu können zwischen ihren Entscheidungen keine für sich bestimmt zu finden mitten mitten ihnen an den Rand des Lebens gedrängt den Augenblick vor dem Sturz in die blinde Riesenhaftigkeit eines leeren Raumes zu fühlen und sie begann sich mit einem mal ganz dunkel nach ihrem früheren von fremden Menschen missbrauchten und ausgenützten Leben zu sehnen wie nach dem blassen wachen Wachsein in einer Kindheit wenn im Haus die Geräusche von einer Wohnung zu anderen wanderten und sie nirgends mehr hingehörte und von dem Druck des seelischen Eigengewichts entlastet noch ein irgendwo schwebendes Leben führte draußen tobte lautlos die Landschaft ihre Gedanken fühlten die Menschen so groß und laut und sicher werden und sie schlüpfte davor in sich hinein und hatte nichts als ihr Nichts Sein ihre Schwerelosigkeit ein Treiben auf irgendetwas und allmählich begann der Zug ganz still in weichen langen Schwingungen durch eine Gegend zu fahren die noch im tiefen Schnee lag Der Himmel wurde immer niedriger und es dauerte nicht lange so fing er schon auf wenige Schritte an in dunklen grauen Vorhängen von langsam dahintreibenden Flocken auf der Erde zu schleifen In den Wagen wurde es dämmerig und gelb Die Umrisse ihrer Mitreisenden hoben sich nunmehr ungewiß vor Clodin ab Sie schwankten langsam und unwirklich hin und her Sie wußten nicht mehr was sie dachte Nur ganz still faßte sie eine Lust am Alleinsein mit fremden Erlebnissen Es war wie ein Spiel leichtester unfassbarer Trübungen und großer danach tastender schattenhaften Bewegungen der Seele Und sie suchte sich ihres Mannes zu erinnern Aber sie fand von ihrer fast vergangenen Liebe nur eine wunderliche Vorstellung wie von einem Zimmer mit langen geschlossenen Fenstern Sie mühte sich das abzuschütteln Aber es wich nur ganz wenig und blieb irgendwo in der Nähe wieder liegen Und die Welt war so angenehm kühl wie ein Bett in dem man allein zurückbleibt Da war ihr als stünde ihr eine Entscheidung bevor Aber sie wußte nicht warum sie es so empfand und sie war nicht glücklich und nicht entrüstet sie fühlte bloß daß sie nichts tun und nichts hindern wollte und ihre Gedanken wanderten langsam draußen in den Schnee hinein ohne zurück zu sehen immer weiter und weiter wie wenn man zu müde ist um um zu kehren und geht und geht Gegen Ende der Fahrt hatte der Herr gesagt ein Idyll eine verzauberte Insel eine schöne Frau im Mittelpunkt eines Märchens von weißen Dessous und Spitzen und er machte eine Bewegung gegen die Landschaft wie albern dachte Claudine aber sie fand nicht gleich die rechte Antwort Es war wie wenn einer angepocht hat und ein dunkles großes Gesicht hinter blassen Scheiben schwimmt Sie wusste nicht wer dieser Mensch war Es war ihr gleichgültig wer dieser Mensch war Sie fühlte nur dass er dastand und etwas wollte und dass jetzt etwas begann wirklich zu werden Wie wenn zwischen Wolken sich ein leiser Wind erhebt und sie in einer Reihe ordnet und langsam davon zieht spürte sie in das reglos weiche Gewölk ihrer Gefühle die Bewegungen dieses Wirklich Werdens geraten ohne Grund in ihr an ihr vorbei und sie liebte wie manche empfindsame Menschen in dem unverständlichen ziehen von Tatsachen das nicht geistige das nicht sie sein die Ohnmacht und die Schande und das Leid ihres Geistes wie man ein Schwaches aus Zärtlichkeit schlägt ein Kind eine Frau und dann das Kleid sein möchte das im Dunkeln allein um seine Schmerzen ist so kamen sie an am späten Nachmittag in einem entleerten Zug einzeln versickerten die Menschen aus den Wagen Station um Station hatte sie aus den anderen heraus gesiebt und nun fegt sie etwas mit raschen Griffen zusammen denn zu der einstündigen Fahrt von der Bahn in den Ort standen nur drei Schlitten bereit und man musste teilen als Claudine wieder zu überlegen begann fand sie sich schon mit vier anderen Menschen in einem der kleinen Gefährte von vorn kam der fremde Geruch der in der Kälte dampfenden Tiere und Wellen verstreuten Lichts das aus der Laterne zurückfiel zu weilen aber flutete die Finsternis bis an die Schlitten heran und durch ihn hindurch dann sah Claudine daß sie zwischen zwei Reihen hoher Bäume fuhren wie in einem dunklen Gang der gegen ein Ziel zu immer enger wurde sie saß wegen der Kälte mit dem Rücken dagegen vor ihr war jener Mensch groß breit und in seinem Pelz gehüllt er versperrte ihren Gedanken den Weg die zurück wollten wie wenn ein Tor zugefallen wäre fand plötzlich jeder Blick seine dunkle Figur vor sich es fiel ihr auf daß sie ihn einige Male anblickte um zu wissen wie er aussah in einer Weise als handelte es sich nur mehr darum und alles andere sei schon bestimmt aber sie fühlte mit Lust daß er ganz ungewiss blieb ein beliebiger nur eine dunkle Breite von Fremdheit und manchmal schien die ihr näher zu kommen wie ein wandernder Wald mit einem Gewirr von Stämmen und auf ihr zu lasten wie ein Netz spannte sich inzwischen das Gespräch um die Menschen in dem kleinen Schlitten auch er beteiligte sich daran und gab alltäglich kluge Antworten wie sie manche geben mit etwas jener Würze die wie ein scharfer sicherer Geruch den Mann vor der Frau umkleidet sie wurde in diesen Augenblicken wie selbstverständlichen männlichen Herrschaftsanspruchs verlegen und erinnerte sich mit Scham dass sie seine Anspielungen nicht strenger zurückgewiesen hatte und wenn sie dann sprechen mußte schien ihr dass es zu bereitwillig geschah und sie hatte plötzlich von sich ein kraftloses abgebrochenes wie ein armstumpf fuchtelndes Gefühl dann bemerkte sie wohl wie sie willenlos hin und her geschleudert wurde und bei jeder Krümmung des Weges bald an den Armen berührt bald an den Knien manchmal mit dem ganzen Oberkörper an einem Fremden lehnend und sie empfand es durch irgendeine entfernte Ähnlichkeit wie wenn dieser kleine Schlitten ein verfinstertes Zimmer wäre und diese Menschen heiß und drängend um sie säßen und sie ängstlich Schamlosigkeiten ertrüge lächelnd als ob sie es nicht merke und die Augen geradeaus von sich weg richtet aber alles das war wie wenn man im Halbschlaf einen schweren Traum empfindet dessen Unwirklichkeit man stets ein wenig bewusst bleibt und sie wunderte sich nur ihn so stark zu fühlen bis der Mensch sich einmal herausbeugte zum Himmel hinauf sah und sagte wir werden eingeschneit werden da sprangen ihre Gedanken wie mit einem Schlage ins ganz Wache hinüber sie sah auf die Leute scherzten heiter und harmlos wie wenn man am Ende einer Dunkelheit Licht und kleine Gestalten sieht und sie hatte mit einmal ein merkwürdig gleichgültiges nüchternes Bewusstsein von Wirklichkeit Sie merkte mit Verwunderung daß sie sich trotzdem berührt empfand und stark fühlte es ängstigte sie beinahe denn es war eine bleiche fast überklare Bewusstseins helle in der nichts in das bloß ungefähre von Träumen versinken konnte durch die sich keine Gedanken bewegte und in der doch die Menschen zuweilen zackig und maßlos groß wie Hügel wurden als glitten sie plötzlich durch einen unsichtbaren Nebel in dem das Wirkliche zu einem riesigen schattenhaften zweiten Umriß wuchs sie fühlte dann beinahe Demut und Furcht vor ihnen und verlor doch nie vollkommen die Empfindung daß diese Schwäche nur ein seltsames Vermögen sei es war als hätten sich die Grenzen ihres Seins unsichtbar und empfindsam über sie hinaus geschoben und alles stieß leis daran und machte sie zittern und sie erschrak zum ersten Mal vor diesem sonderbaren Tag dessen Einsamkeit mit ihr wie ein unterirdischer Weg allmählich in das wirre Flüstern innerer Dämmerungen versunken war und nun in ferner Gegend sich plötzlich in unnachgiebig wahrhaftes Geschehen emporhob und sie mit einer weiten fremden ungewollten Wirklichkeit allein ließ und sie sah heimlich zu dem Fremden hinüber er zündete in diesem Augenblick ein Streichholz an Sein Bart ein Auge leuchteten auf sie fühlte auch dieses nichtssagende Handeln mit einem Mal so merkwürdig sie empfand plötzlich die Festigkeit in diesem Geschehen wie selbstverständlich sich eins ans andere schloss und da war dumm und ruhig und doch wie eine einfache ungeheure steinern gefügte Gewalt sie dachte daran daß es gewiß nur ein alltäglicher Mensch sei und da befiel sie allmählich ein leises verwehtes ungreifbares Gefühl von sich aufgelöst und zerfetzt wie blasser flockener Schaum glaubte sie in der Dunkelheit vor ihm zu schwimmen es bereitete ihr jetzt einen wunderlichen Reiz ihm freundlich zu antworten sie sah dabei machtlos mit regloser Seele ihren eigenen Handlungen nach und fühlte einen zwischen Lust und Erleiden zerspaltenen Genuß an sich wie in dem plötzlich vertieften Innenraum einer großen Erschöpfung kauernd einmal aber fiel ihr ein daß es früher manchmal in solcher Weise begonnen hatte da streifte sie bei dem Gedanken solcher Wiederkehr einen Augenblick lang ein schwirrendes willenlos begehrliches Entsetzen wie vor einer noch namenlosen Sünde sie dachte plötzlich ob er bemerkt haben mochte daß sie ihn ansah und es füllte sich ihr Körper mit einer leisen fast unterwürfigen Sinnlichkeit wie ein dunkles Versteck um die Heimlichkeit seiner Seele der Fremde jedoch saß groß und ruhig in der Finsternis und lächelte bloß manchmal oder auch das schiene nur so so fuhren sie nah voreinander in der tiefen Dämmerung dahin und allmählich begann in ihre Gedanken wieder jene leise vorwärts drängende Unruhe zu kommen sie versuchte sich zu sagen dass alles nur die bis zur Täuschung verwirrte innere Stille dieser plötzlichen einsamen Reise unter fremden Menschen sei und manchmal wieder glaubte sie dass es der Wind war in dessen steife glühende Kälte gewickelt sie starr und willenlos wurde zuweilen aber war er ganz sonderbar als ihr Mann ihr jetzt wieder ganz nahe und diese Schwäche und Sinnlichkeit ein wunderseliges Gefühl in ihrer Liebe und einmal als sie gerade wieder zu dem Unbekannten hinübergesehen hatte und diese schattenhafte Preisgabe ihres Willens ihre Härte und Untastbarkeit empfand stand plötzlich hell über ihrer Vergangenheit ein Schein wie über einer unsagbaren fremd gewordenen Weite es war ein sonderbares Zukunftsgefühl als ob dieses längst verflossene noch lebte im nächsten Augenblick aber war es nur mehr ein verlöschender Streif des Verstehens im Dunkel und nur in ihrem Innern schwang etwas nach irgendwie als ob es die noch nie gesehene Landschaft ihrer Liebe gewesen wäre von riesigen Dingen erfüllt und leise sausend verwirrt und fremd sie wußte nicht mehr wie und fühlte sich zagend und weich in sich gehüllt voll sonderbarer noch nicht fassbarer von dort her kommender Entschlüsse und sie mußte an seltsam von den übrigen abgeschnittene Tage denken die wie eine Flucht abseits liegender Zimmer einer in den anderen mündend vor ihr lagen und hörte dazwischen jeden Huftritt der Pferde der sie hilflos in das belanglos gegenwärtige der durch die umstände bedingten Nachbarschaft in diesem Schlitten geschlagen dem näher trug und fügte sich mit übereiltem Lachen in irgendein Gespräch und war in ihrem Innern groß und verästelt und vor Unübersehbarkeit machtlos wie mit lautlosem Tuch überspannt In der Nacht dann war sie aufgewacht wie von schnellem Geklingel sie fühlte plötzlich dass es schneite sie sah gegen das Fenster weich und schwer wie eine Mauer stand es in der Luft sie schlich auf den Zehen mit bloßen Füßen hin es geschah alles rasch hintereinander dunkel kam mir dabei vor dass sie ihre nackten Füße wie ein Tier auf den Boden setzte dann starrte sie nah und stumpf in das dicke gegitter der Flocken sie tat dies alles wie man im Schlaf auffährt mit dem engen Raum eines Bewusstseins das wie eine kleine unbewohnte Insel hervortaucht es war ihr als stünde sie sehr weit fort von sich und mit einem Mal fiel ihr ein und die Betonung fiel ihr ein mit der er gesagt hatte wir werden hier eingeschneit werden da versuchte sie sich zu besinnen und kehrte sich um eng lag das Zimmer hinter ihr und es war noch etwas sonderbares in dieser Enge wie ein Käfig oder wie geschlagen werden Claudine zündete eine Kerze an und leuchtete über die Dinge es begann langsam der Schlaf von ihnen abzufließen und sie waren noch als hätten sie nicht genau in sich zurück gefunden Schrank Kasten Bett und doch etwas zu viel oder zu wenig ein Nichts ein raues rieselndes Nichts blind und eingefallen standen sie in der kahlen Dämmerung des flackernden Lichtes auf Tisch und Wänden lag noch ein endloses Gefühl von Staub und wie Darfuß darüber gehen müssen das Zimmer mündete auf einen schmalen holzgedielten weißgetünchten Gang sie wußte wo die Stiege herauf kam hing in einem Ring aus Draht eine trübe Lampe sie warf fünf helle schwankende Kreise an die Decke dann verran ihr Licht wie Spuren schwierig tastender Hände auf dem Kalk der Wände wie eine Wache vor einer sonderbar erregten Leere waren diese fünf hellen sinnlos schwankenden Kreise ringsum schliefen fremde Menschen Claudine fühlte eine plötzliche fantastische Hitze sie hätte leise schreien mögen wie Katzen schreien vor Angst und Begierde wie sie so dastand aufgewacht in der Nacht während lautlos eher letzte Schatten ihres seltsam empfundenen Tuns in die schon wieder glatten Wände ihres Innern schlüpfte und plötzlich dachte sie wenn er nur käme und einfach zu tun versuchte was er doch sicher wollte sie wusste nicht wie sie erschrak wie eine heiße Kugel rollte etwas über sie hin minutenlang war nichts als dieses seltsame erschrecken und dahinter jene peitschen gerade schweigsame enge dann machte sie den versuch sich den menschen vorzustellen aber aber es gelange nicht sie fühlte bloß den vorsichtig vorgedehnten tierhaften Schritt ihrer Gedanken nur zuweilen sah sie etwas von ihm wie es in Wirklichkeit war seinen Bart sein eines leuchtendes Auge Dann empfand sie Ekel sie fühlte dass sie niemals mehr einem fremden Menschen gehören könnte und gerade da gerade zugleich mit diesem Abscheu ihres geheimnisvoll nur nach dem einen sehnsüchtigen Körpers vor jedem anderen fühlte sie wie in einer zweiten tiefen Ebene ein hinabbeugen ein schwindeln vielleicht eine Ahnung von menschlicher Unsicherheit vielleicht ein Bangen vor sich vielleicht nur ein unfassbares sinnloses Versuchendes dennoch jenen anderen herbei wünschen und es floß ihre Angst durch sie wie die sengende Kälte die eine zerstörende Lust nah vor sich hertreibt gleichmütig begann einstweilen eine Uhr mit sich selbst irgendwo zu sprechen Schritte gingen unter ihrem Fenster vorbei und verklangen ruhige Stimmen es war kühl im Zimmer von ihrer Haut hob sich die Wärme des Schlafs unbestimmt und widerstandslos schwang sie mit ihr wie in einer Wolke von Schwäche durch die Finsternis hin und her sie schämte sich vor den Dingen die hart und aufgerichtet und längst schon wieder belanglos und sich gleich rings um sie vor sich hin starrten während ihr wirr vor Bewusstsein war dass sie dastand und auf einen Unbekannten wartete und doch begriff sie dunkel dass es nicht jener fremde war der sie lockte sondern nur dieses dastehen und warten eine feinzahnige wilde preisgegebene seligkeit sie zu sein mensch in ihrem Erwachen zwischen den leblosen Dingen aufgesprungen wie eine Wunde und während sie ihr Herz schlagen fühlte als trüge sie ein Tier in der Brust verstört irgendwoher in sie verflogen hob sich seltsam ihr Leib in seinem stillen Schwanken und schloss sich wie eine große fremde nickende Blume darum durch die plötzlich in der in unsichtbare Weiten gespannte Rausch eine geheimnisvollen Vereinigung schaudert und sie hörte leise das ferne Herz des Geliebten wandern unstet ruhelos heimatlos in die Stille klingend wie ein Ton eine über Grenzen verwehten fremd her wie sternlicht flackernd Musik von der unheimlichen Einsamkeit dieses sie suchenden Gleichklangs wie von einer ungeheuren Verschlingung ergriffen weit über alles Wohnland der Seelen hinaus da fühlte sie daß hier sich etwas vollenden sollte und wurde nicht gewahr wie lange sie so stand viertelstunden Stunden die Zeit lag reglos von unsichtbaren Quellen gespeist wie ein uferlose See ohne Mündung und Abfluss um sie nur einmal irgendwann glitt irgendwo von diesem unbegrenzten Horizont hier etwas Dunkles durch ihr Bewusstsein ein Gedanke ein Einfall und wie es an ihr vorbeizog erkannte sie die Erinnerung darin an lang versunkene Träume ihres früheren Lebens sie glaubte sich von Feinden gefangen und war gezwungen demütige Dienste zu tun und währenddessen begann es schon zu entschwinden und schrumpfte ein und aus der dunstigen Unklarheit der Weite hob sich ein letztes Mal wie gespenstisch klar geknotetes Stangen und Tauwerk eins nach dem anderen darüber hinaus und es fiel ihr ein wie sie sich nicht wehren konnte wie sie aus dem Schlaf schrie wie sie schwer und dumpf gekämpft bis ihr die Kraft und die Sinne schwanden dieses ganze maßlose formlose Elend ihres Lebens und dann war es vorbei und in der wieder zusammen fließenden Stille war nur ein Leuchten eine atmend zurückstreichende Welle als wäre ein unsagbares gewesen und da kam es plötzlich von dort über sie wie einstens diese schreckliche Wehrlosigkeit ihres Daseins hinter den Träumen fern unfassbar im imaginären noch ein zweites Mal lebte eine Verheißung ein Sehnsuchts Schimmer eine niemals gefühlte Weichheit ein Ich-Gefühl das von der fürchterlichen Unwiderruflichkeit ihres Schicksals nackt ausgezogen seiner selbst entkleidet während es taumelnd nach immer tieferen Entkräftungen verlangte sie dabei seltsam wie der in sie verirrte mit zielloser Zärtlichkeit seine vollendung suchende Teil einer Liebe verwirrte für die es in der Sprache des Tags und des harten aufrechten Ganges noch kein Wort gab In diesem Augenblick wußte sie nicht mehr ob sie nicht eben erst vor ihrem Erwachen zum letzten Mal diesen Traum geträumt hatte Seit Jahren hatte sie ihn vergessen geglaubt und mit einem Mal schien seine Zeit ganz nahe hinter ihr zu stehen wie wenn man sich umkehrt und plötzlich in ein Antlitz starrt und ihr wurde so seltsam als ob in diesem einsam abgesonderten Zimmer ihr Leben in sich selbst zurück liefe wie Spuren in eine verworrene Fläche hinter Claudinens Rücken brannte das kleine Licht das sie angesteckt hatte ihr Gesicht hielt sie ins Dunkel und allmählich fühlte sie nicht mehr wie sie aussah wie ein absonderliches Loch im Finstern im Gegenwärtigen erschien ihr ihr Umriß und ganz langsam wurde ihr als sei sie in Wirklichkeit gar nicht hier wie wenn nur irgendetwas von ihr gewandert und gewandert wäre durch Raum und Jahre und wachte nun auf fern von ihr selbst und verstiegen und sie stünde in Wirklichkeit immer noch bei jenem versunkenen Traumgefühl irgendwo eine Wohnung tauchte auf Menschen eine grässlich verstrickte Angst und und dann eine röten ein weich werdende lippen und plötzlich das bewusstsein es wird wieder einer kommen und ein anderes vergangenes Gefühl von ihrem gelösten haar von ihren armen als wäre sie noch mit all dem untreu und da mit einem mal mitten in dem ängstlich sich fest klammenden Wunsch sich dem Geliebten zu wahren ihre bittend gehobenen Hände langsam ermüdend der Gedanke Wir waren einmal untreu bevor wir einander kannten Es war nur ein in stillem Halbsein leuchtender Gedanke fast nur ein Gefühl Eine wundersam liebliche Bitterkeit wie im Wind der sich vom Meer hebt manchmal ein verwehender herber Atem säumt fast nur der Gedanke wir liebten einander bevor wir einander kannten Als dehnte sich plötzlich in ihr die unendliche Spannung ihre Liebe weit über das Gegenwärtige in die Untreue hinaus aus der sie einst zu ihnen beiden gekommen war wie aus einer früheren Form ihres ewigen zwischen ihnen seins und sie ließ sich sinken und fühlte wie betäubt lange nichts als daß sie auf einem kahlen Stuhl vor einem kahlen Tisch saß und dann war es wohl jener Geh der ihr einfiel und das Gespräch vor der Reise mit seinen verhüllten Worten und niemals gesprochene Worte und dann irgendeinmal kam von einem Spalt des Fensters die feuchte milde Luft der verschneiten Nacht und strich schweigsam und zärtlich an ihren nackten Schultern herab und da begann sie ganz weh und ferne wie ein Wind über regenschwarze Felder kommt begann sie zu denken daß es eine regen leise wie ein Himmel eine Landschaft über spannende Lust sein müsste untreu zu sein ein geheimnisvoll das Leben schließende Lust am nächsten Morgen aber lag eine eigentümliche Luft von Vergangenheit über allem Clodin wollte ins Institut gehen ihr Wachen war früh und wie aus klarem schwerem Wasser sie erinnerte nichts mehr von dem was sie während der Nacht bewegt hatte sie hatte den Spiegel vors Fenster gerückt und steckte ihr Haar auf im Zimmer war es noch dunkel aber als sie sich so mit angestrengtem Schauen vor ihrem blinden kleinen Spiegel frisierte kam ihr ein Gefühl von sich wie von einem Landmädchen das sich für den Sonntagsausgang schön macht und sie empfand ganz stark dass das für die Lehrer geschah die sie sehen würde oder vielleicht für den Fremden und konnte von da an diese sinnlose Vorstellung nicht wieder los werden sie hatte innerlich wohl nichts mit ihr zu tun aber sie haftete an allem was Clodin tat und jede Bewegung erhielt etwas von einer dummsinnlichen breitbeinigen geziertheit die langsam widerwärtig und unaufhaltsam von der Oberfläche in die Tiefe sickerte nach einer Weile ließ sie wirklich die Arme ruhen aber schließlich war all das zu unvernünftig um das was notwendig geschehen mußte länger zu hindern und während es bloß so blieb und schwank und mit einem ungreifbaren Gefühl von nicht tun sollen und gewolltem und ungewolltem in einer anderen nebelhafteren unfesteren Kette als der der wirklichen Entscheidungen das Geschehene begleitete und während Claudinens Hände in ihr weiches Haar griffen und die Ärmel ihres Morgenkleides an den weißen Armen hinaufglitten schien ihr das nun wieder irgendwann einstens immer so gewesen zu sein und es wurde ihr mit einem mal sonderbar dass jetzt im Wachen in der Leere des Morgens ihre Hände auf und nieder gingen als gehörten sie nicht zu ihrem Willen sondern zu irgendeiner gleichgültig fremden Macht und da begann sich langsam die Stimmung der Nacht um sie zu heben Erinnerungen stiegen bis zu halber Höhe und sanken wieder eine Spannung war vor diesen kaum vergessenen Erlebnissen wie ein zitternder Vorhang vor den Fenstern wurde es hell und ängstlich Claudine fühlte wie sie in dieses gleichmäßige blinde Licht sah eine Bewegung wie ein freiwilliges lösen der Hand und ein langsames lockendes abwärts gleiten zwischen silbern leuchtenden blasen und fremden mit großen Augen stehenden Fischen der Tag begann sie nahmen Blatt Papier und schrieb Worte an ihren Mann alles ist sonderbar es wird nur wenige Tage dauern aber mir ist als sei ich hoch über mir verschlungen in etwas unsere Liebe sag mir was sie ist hilf mir ich muss dich hören ich weiß sie ist wie ein Turm aber mir ist als fühlte ich nur das Zittern rings um eine schlanke Höhe als sie diesen Brief aufgeben wollte sagte ihr jedoch der Beamte daß die Verbindung unterbrochen sei sie ging darauf vor den Ort weit weiß wie ein Meer lag es um die kleine Stadt manchmal flog eine Krähe hindurch manchmal hob sich schwarz ein Strauch heraus erst tief unten am Rand in kleinen dunklen zusammenhanglosen Pünktchen begann wieder das Leben sie kehrte zurück und ging durch die Straßen des Orts unruhig vielleicht eine Stunde lang sie bog in alle Gassen kam nach einiger Zeit das gleiche Stück Wegs in entgegengesetzter Richtung verließ es dann wieder nun nach der anderen Seite fast verdorrten glitzernden Plättchen als ob es bald enden wollte zuweilen schauten über verschlossenen Türen die Fenster der Häuser ganz hellblau und gläsern auf die Straße und auch unter den Füßen klang es wie Glas Manchmal aber polterte ein Stück hart gefrorenen Schnees eine Traufe hinunter Dann war es noch Minuten lang als starrte ein zackiges Loch das es in die Stille gerissen hatte Und plötzlich begann irgendwo eine Hauswand rosarot aufzuleuchten oder zart gelb wie ein Kanarienvogel Was sie dann tat erschien ihr dann seltsam in überlebendiger Stärke In der lautlosen Stille schien für einen Augenblick alles sichtbare in irgendeinem anderen sichtbaren sich wie ein Echo zu wiederholen Dann sank alles wieder ringsum in sich zusammen Die Häuser standen in unverständlichen Gassen um sie wie Pilze im Wald beieinander stehen oder eine Gruppe Sträucher geduckt auf einer weiten Fläche Und ihr war nur noch ganz groß und schwindelig Es war etwas wie ein Feuer in ihr wie eine brennend bittere Flüssigkeit Und während sie ging und dachte kam sie sich wie ein ungeheures geheimnisvolles Gefäß durch die Straßen getragen vor ganz dünnwandig und flammend Da zerriss sie den Brief und sprach bis Mittag im Institut mit den Lehrern Da wurde Claudine unwillig fand dass sie schon zu lange hier säumte und empfand die Luft und das Halbdunkel der Zimmer eng und verwirrend Es kam ihr plötzlich und zum ersten Mal der Gedanke dass sie die sich bloß noch nie von ihrem Manne getrennt hatte kaum da sie allein war vielleicht schon wirklich begonnen haben könnte wieder in ihre Vergangenheit zurück zu sinken Was sie jetzt empfand war nicht mehr bloß unbestimmt streifend sondern an wirkliche Menschen geknüpft und dennoch war es nicht Angst vor ihnen sondern davor dass es sie empfinden konnte als ob sich während die Reden dieser Menschen sie einhüllte heimlich in ihr etwas bewegt und leise gerüttelt hätte kein einzelnes Gefühl sondern irgendein Grund in dem die alle ruhen wie wenn man manchmal durch Wohnungen geht die einen anwiedern aber man spürt ganz sacht allmählich eine Vorstellung wie Menschen hier glücklich sein können und mit einem Mal kommt ein Augenblick wo es einen umfängt als ob man sie wäre man möchte zurückspringen und fühlt erstarrt von allen Seiten die Welt geschlossen und ruhig auch um diesen Mittelpunkt stehen in in dem grauen licht diese schwarzen bärtigen menschen erschienen ihr wie riesengebilde in dämmernden kugeln von solchem fremden gefühl und sie suchte sich vorzustellen wie es sein müßte um sich das sich schließen zu fühlen und während ihre Gedanken rasch wie in einem weichen formlos quellenden Boden versanken hörte sie bald nur mehr eine Stimme die vom Rauchen geraut und deren Worte in einen Zigaretten Dunst gebettet waren der beim Sprechen beständig um ihr Gesicht streifte und eine andere die hell war und hoch wie Blech und sie suchte den Klang sich vorzustellen mit dem sie in der geschlechtlichen Erregung zerbrochen in die Tiefe gleiten musste dann wieder zogen ungeschickte Bewegungen ihr Empfinden in seltsamen Windungen nach sich und einen olympisch lächerlichen suchte sie wie eine Frau zu fühlen die an ihn glaubte ein Fremdes mit dem ihr Leben nichts gemeinsam hatte richtete sich nah und überhängend groß vor ihr auf wie ein zottiges einen betäubenden Geruch ausströmendes Tier ihr war als hätte sie eben nur mit der Peitsche hineinschlagen gewollt und gewahrte plötzlich gehemmt und ohne es zu durchschauen ein Spiel vertrauter Abstufungen in einem irgendwie dem ihren ähnlichen Gesicht Da dachte sie heimlich wir Menschen wie wir könnten vielleicht selbst mit solchen Menschen leben Es war ein eigentümlicher quälender Reiz eine dehnende Lust des Gehirns etwas wie eine dünne gläserne Scheibe lag davor an die sich ihre Gedanken schmerzhaft pressten um jenseits in eine ungewisse Trübe zu starren Es freute sie den Menschen dabei klar und unverdächtig in die Augen zu blicken Dann versuchte sie sich ihren Mann entfremdend wie von dort her gesehen vorzustellen Es gelang ihr sehr ruhig an ihn zu denken Es blieb ein wunderbarer unvergleicher Mensch aber ein unwägbares vom Verstand nicht zu fassendes war von ihm geschwunden und er erschien ihr etwas blass und nicht so nahe Manchmal vor dem letzten Anstieg einer Krankheit steht man in solch einer kühlen beziehungslosen Heiligkeit Doch da fiel ihr ein wie sonderbar es sei dass sie ähnliches wie das womit sie jetzt spielte irgendwann einmal wirklich erlebt haben konnte dass es eine Zeit gab wo sie ihren Mann sicher und ohne von einer Frage beunruhigt zu werden so empfunden hätte wie sie ihn sich jetzt einzubilden suchte und und kam ihr mit einem mal alles ganz seltsam vor man geht täglich zwischen bestimmten Menschen und durch eine Landschaft eine Stadt ein Haus und diese Menschen oder diese Landschaft geht immer mit täglich bei jedem Schritt bei jedem Gedanken ohne Widerstand aber einmal bleiben sie plötzlich mit einem leisen Ruck stehen und stehen ganz unbegreiflich starr und still losgelöst in einem fremden hartnäckigen Gefühl und wenn man auf sich zurück sieht steht ein Fremder bei ihnen dann hat man eine Vergangenheit aber was ist das fragte sich Claudine und fand plötzlich nicht was sich geändert haben konnte sie wusste auch in diesem Augenblick dass nichts einfacher ist als die Antwort man selbst sei es der sich geändert habe und sie begann einen sonderbaren Widerstand zu fühlen die Möglichkeit dieses Vorgangs zu begreifen und vielleicht erlebt man die großen bestimmenden Zusammenhänge nur in einer eigentümlich verkehrten Vernunft während sie nun bald die Leichtigkeit nicht verstanden mit der sie eine Vergangenheit die einst so nah um sie gewesen war wie ihr eigener Leib als fremd empfinden konnte bald wieder die Tatsache ihr unfassbar erschien dass überhaupt je etwas anders gewesen sein mochte als jetzt fiel ihr ein wie das ist wenn man manchmal etwas in der Ferne sieht fremd und dann geht man hin und an einer gewissen Stelle tritt es in den Kreis des eigenen Lebens aber der Platz wo man früher war ist jetzt so eigentümlich leer oder man braucht sich bloß vorzustellen gestern habe ich dies oder jenes getan irgendeine Sekunde ist immer wie ein Abgrund von dem ein kranker fremder verblassernder Mensch zurückbleibt man denkt bloß nicht daran und plötzlich erschien ihr in einer schlagschnellen Erhellung ihr ganzes Leben von diesem unverstehbaren unaufhörlichen Treubruch beherrscht mit dem man sich während man für alle anderen der gleiche bleibt in jedem Augenblick von sich selbst loslöst ohne zu wissen warum dennoch darin eine letzte nie verbrauchte bewusstseinsferne Zärtlichkeit ahnend durch die man tiefer als mit allem was man tut mit sich selbst zusammenhängt und während noch dieses Gefühl in seiner bloß gelegten Tiefe klar in ihr schimmerte war ihr als ob die Sicherheit die oben ihr Leben trug wie ein Kreisen um sie mit einem Mal es wieder nicht mehr trüge und es teilte sich in hundert Möglichkeiten schob sich wie verschiedene Leben hintereinander gelagerte Kulissen auseinander und in einem weißen leeren unruhigen Raum dazwischen tauchten die leere wie dunkle ungewisse Körper auf sankensuchend sahen sie an und stellten sich schwer auf ihren Platz sie fühlte eine eigentümlich traurige Lust hier mit ihrem unnahbaren Lächeln der fremden Dame die ihr aussehen verschlossen vor ihnen sitzend bei sich selbst nur ein zufälliges zu sein nur durch eine wechselbare Hülle von Zufall und Tatsache die sie umfing von ihnen getrennt zu sein und während ihr das Gespräch hurtig und nicht sagend von den Lippen sprang und leblos behennt wie ein Faden dahin lief begann sie langsam der Gedanke zu verwirren dass sie wenn sich der Dunstkreis eines dieser Menschen um sie geschlossen haben würde auch das was sie dann täte wirklich wäre als wäre diese Wirklichkeit nur etwas Bedeutungsloses das zuweilen durch die gleichgültig geformte Öffnung eines Augenblicks heraufschießt unter der man sich selbst unerreicht in einem Strom von niemals wirklichem dahin fließt dessen einsamen weltfern zärtlichen laut keiner hört ihre Sicherheit dieses inliebende Angst an jenen einen geklammert sein erschien ihr in diesem Augenblick als etwas willkürliches unwesentliches und bloß oberflächliches im Vergleich mit einem vom Verstand kaum mehr zu fassenden Gefühl Gefühl von Unwägbarem durch dieses Einsamsein in einer letzten geschehensleeren Innerlichkeit zueinander gehören und das war der Reiz als sie jetzt plötzlich der Ministerialrat einfiel sie begriff dass er sie begehrte und dass bei ihm wirklich werden sollte was hier noch ein Spiel mit Möglichkeiten war einen Augenblick lang schauderte etwas in ihr und warnte sie das Wort Sodomie fiel ihr ein soll ich Sodomie treiben aber dahinter war die Versuchung ihrer Liebe damit du im Wirklichen fühlen musst ich ich unter diesem Tier das Unvorstellbare damit du dort nie mehr hart und einfach an mich glauben kannst damit ich dir ungreifbar und versinkend wie ein Schein werde kaum dass du mich loslässt nur ein Schein das ist du weißt ich bin nur etwas in dir nur etwas durch dich nur solange du mich festhältst sonst irgendetwas geliebter so seltsam vereint und es fasste sie eine leise und treue abenteurer traurigkeit jene wehmut der handlungen die man nicht ihrer selbst halber sondern tut um sie getan zu haben sie fühlte dass der ministerialrat jetzt irgendwo stand und auf sie wartete es dünkte sie dass der eingeengte gesichtskreis um sie sich schon mit seinem atem füllte und die luft nahe bei ihr nahm seinen geruch an sie wurde unruhig und begann sich zu verabschieden sie fühlte dass sie auf ihn zugehen werde und die Vorstellung des Augenblicks griff ihr kalt an den Leib wo es geschehen sein würde es war als ob sie etwas packte und zur tür zerrte und sie wusste diese tür wird zufallen und wehrte sich und lauschte doch schon mit vorgestreckten sinnen voraus als sie dem menschen begegnete stand er für sie nicht mehr am an an einer bekannt schafft sondern unmittelbar vor dem hereinbruch sie wusste dass inzwischen auch er über sie nachgedacht und sich einen plan zurecht gelegt hatte sie hörte ihn sagen ich habe mich damit abgefunden dass sie mich zurück weisen aber nie wird sie ein mensch so selbstlos verehren wie ich clodine antwortete nicht seine worte kamen langsam nachdrücklich sie fühlte wie es sein müsste wenn sie wirken würden dann sagte sie wissen sie dass wir wirklich eingeschneit sind es erschien ihr alles so wie wenn sie es schon einmal erlebt hätte ihre worte schienen in den spuren von worten stecken zu bleiben die sie früher einmal gesprochen haben musste sie achtete nicht auf das was sie tat sondern auf den unterschied dass das was sie jetzt tat gegenwart war und irgendein gleiches vergangenheit dieses willkürliche diesen zufälligen nahen hauch von gefühl darüber und sie hatte eine große unbewegte empfindung von sich über der vergangenheit und gegenwart wie kleine wellen sich wiederholten nach einer weile sagte der ministerialrat plötzlich ich fühle dass etwas in ihnen zögert ich kenne dieses zögern jede frau steht einmal in ihrem leben davor sie schätzen ihren mann und wollen ihm gewiss nicht wehtun und verschließen sich darum aber eigentlich müssten sie sich wenigstens für Augenblicke davon freimachen und auch den großen Sturm erleben wiederum schwieg Claudine sie fühlte wie er ihr schweigen missdeuten musste aber es tat ihr eigenartig wohl dass dass es etwas etwas ihr gab das sich nicht in handlungen ausdrücken ließ und von handlungen nichts erleiden konnte das sich nicht verteidigen konnte weil es unter dem Bereich der Worte lag das um verstanden zu werden geliebt werden musste wie er sich selbst liebte etwas das sie nur mit ihrem Mann gemeinsam hatte empfand sie stärker bei diesem Schweigen so war es eine innere Vereinigung während sie die Oberfläche ihres Wesens diesem Fremden überließ der sie verunstaltete in solcher Weise gingen sie und unterhielten sich und in ihrem Gefühl war dabei ein hinüber beugen schwindelnd als empfände sie dann die wunderbare Unbegreiflichkeit des zu ihrem geliebten Gehörens tiefer manchmal schien ihr dass sie sich schon ihrem Begleiter anpasste mochte sie auch noch für einen anderen scheinen die gleiche zu sein und es kam ihr manchmal vor als erwachten Scherze Einfälle und Bewegungen noch aus ihrer ersten Frauenzeit in ihr Dinge denen sie sich längst entwachsen glaubte dann sagte er gnädige Frau sie sind geistreich wenn er so sprach und neben ihr schritt wurde sie gewahrt dass seine Worte in einen ganz leeren Raum hinaus gingen den sie mit sich allein anfüllten und allmählich entstanden darin die Häuser an denen sie vorbeischritten um ein weniges anders und verschoben wie sie sich in den Scheiben von Fenstern spiegeln und die Gasse in der sie waren und nach einer Weile sie auch etwas verändert und verzerrt aber doch so dass sie sich noch erkannte sie fühlte die Gewalt die von dem alltäglichen Menschen ausging es war ein unmerkliches verschieben der Welt und vor sich hin rücken eine einfache Kraft der Lebendigkeit sie strahlte von ihm aus und bog die Dinge in ihre Oberfläche es verwirrte sie dass sie auch ihr Bild in dieser spiegelhaft gleitenden Welt gewahrte ihr war wenn sie jetzt noch etwas nachgebe müsste sie plötzlich ganz dieses Bild sein und einmal sagt er plötzlich glauben sie mir es ist nur Gewohnheit hätten sie mit 17 oder 18 Jahren ich weiß es nicht einen anderen Mann kennengelernt und geheiratet würde ihnen heute der Versuch sich als die Frau ihres jetzigen Gemahls zu denken genau ebenso schwer fallen sie waren vor die Kirche gelangt groß und allein standen sie auf dem weiten Platz Claudine sah auf die Gebärden des Ministerialrats ragten aus ihm heraus in die Lehre da war ihr mit einem Schlag einen Augenblick lang als ob tausend zu ihrem Körper auseinander gefügte Kristalle sich sträubten ein umhergeworfenes unruhiges zersplittert dämmerndes Licht stieg in ihrem Leib empor und der Mensch den es traf sah darin mit einem mal anders aus alle seine Linien kamen auf sie zu zuckernd wie ihr Herz alle seine Bewegungen fühlte sie von innen über ihren Körper gehen sie wollte sich zurufen wer er sei aber das Gefühl blieb wie ein wesenloser Schein ohne Gesetze eigentümlich schwebte es in ihr als ob es nicht zu ihr gehörte im nächsten Augenblick war nunmehr ein lichtes nebelndes entschwindendes ringsum sie blickte um sich still und gerade standen die Häuser um den Platz am Turm schlug die Uhr rund und metallisch sprangen die Schläge aus den Luken der vier Mauern lösten sich im Fallen auf auf und flatterten über die Dächer Clodine hatte die Vorstellung dass sie dann weit und klingend über das Land rollen mussten und sie fühlte mit einem mal schaudernd Stimmen gehen durch die Welt viel türmisch und schwer wie dröhnende Städte aus Erz etwas das nicht Verstand ist eine unabhängige unfassbare Welt des Gefühls die sich nur willkürlich zufällig und lautlos flüchtig mit der täglichen Vernunft verbindet wie jene grundlos tiefen weichen Dunkelheiten die manchmal über einen schattenlosen starren Himmel ziehen es war als stünde etwas um sie und sähe sie an sie fühlte die Erregung dieses Menschen wie etwas Brandendes in einer sinnentleerten Weite etwas finster einsam sich schlagendes und allmählich wart ihr es sei was dieser Mensch von ihr begehrte diese scheinbar stärkste Handlung etwas ganz Unpersönliches es war nichts als dieses Angesehen Werden ganz dumpf und stumpf wie Punkte fremd im Raum einander ansehen die irgendetwas Ungreifbares zu einem zufälligen Gebilde vereint sie schrumpfte darunter ein es drückte sie zusammen als wäre sie selbst solch ein Punkt sie empfand dabei ein sonderbares Gefühl von sich es hatte nichts mehr mit der Geistigkeit und dem Selbst Gewählten ihres Wesens zu tun und war doch noch das gleiche wie sonst und mit einmal entschwand ihr das Bewusstsein dass dieser Mensch vor ihr von hässlicher Alltäglichkeit des Geistes war und ihr wurde als stünde sie weit draußen im Freien und um sie standen die Töne in der Luft und die Wolken am Himmel still und gruben sich in ihren Platz und Augenblick hinein und sie war auch nicht mehr etwas anderes als sie etwas Ziehendes Hallendes sie glaubte die Liebe der Tiere verstehen zu können und der Wolken und Geräusche und fühlte die Augen des Ministerialrates die ihre suchen und erschrak und verlangte nach sich und spürte plötzlich ihre Kleider wie etwas um die letzte ihr von sich gebliebene Zärtlichkeit geschlossen und fühlte darunter ihr Blut sie glaubte seinen scharfen zitternden Duft zu riechen und hatte nichts als diesen Körper den sie preisgeben sollte und dieses geistige wirklichkeits übersehnende Gefühl von Seele als ein Gefühl von ihm diese letzte Seligkeit und und wußte nicht wurde in diesem Augenblick ihre Liebe zum äußersten Wagnis oder verblasste sie schon und es öffneten sich ihre Sinne wie neugierige Fenster sie saß dann im Speisezimmer es war Abend sie fühlte sich einsam eine Frau sprach zu ihr herüber ich habe heute Nachmittag ihr Töchterchen gesehen als es auf sie wartete es ist ein reizendes Kind sie haben gewiss viel Freude mit ihm Claudine war an diesem Tag nicht wieder im Institut gewesen aber es war ihr unmöglich zu antworten sie schien plötzlich nur mit irgendeinem empfindungslosen Teil von sich mit den Haaren oder den Nägeln oder als hätte sie einen Leib aus Horn unter diesen Menschen zu sein dann entgegnete sie doch irgendetwas und hatte dabei die Vorstellung dass alles was sie sagte sich wie in einem Sack oder in einem Netz verstrickte ihre eigenen Worte erschienen ihr fremd zwischen den Fremden wie Fische an den feuchtkalten Leibern anderer Fische zappelten sie in dem unausgesprochenen Gewirr der Meinungen Es faßte sie ein Ekel sie fühlte wieder daß es nicht auf das ankam was sie von sich sagen mit Worten erklären konnte sondern daß alle Rechtfertigungen in etwas ganz anderem lag einem lächeln einem verstummern einem inneren sich hören und sie empfand plötzlich eine unsagbare Sehnsucht nach jenem einzigen Menschen der auch so einsam war den auch niemand hier verstehen würde und der nichts hatte als jene weiche Zärtlichkeit voll gleitender Bilder die wie ein nebliges Fieber den harten Stoß der Dinge auffängt das alles äußere Geschehen groß gedämpft und flächenhaft zurücklässt während innen alles in den ewigen geheimnisvollen in allen Lagen ruhenden Gleichgewicht des bei sich seins schwebt während aber sonst in ähnlicher Stimmung ein solches Zimmer mit Menschen sich wie eine einzige heiße schwere kreisende Masse um sie schloss war hier mit unter ein heimliches stillstehen und auslassen und auf seine Plätze springen und mürrisch sie abwehren ein Schrank ein Tisch es geriet zwischen ihr und diesen gewohnten Dingen etwas in Unordnung sie offenbarten etwas Ungewisses und Wankendes es war plötzlich wieder jene Hässlichkeit wie auf der Reise keine einfache Hässlichkeit sondern es griff ihr Gefühl gleich einer Hand durch die Dinge hindurch wenn es sie anfassen wollte es taten sich Löcher auf vor ihrem Gefühl als ob seit jene letzte Sicherheit in ihr verträumt sich anzustarren begonnen hatte in einer sonst nicht wahrnehmbaren Einbettung der Dinge in ihr Empfinden sich etwas gelockert hätte und statt eines verketteten Klingens von Eindrücken wurde durch diese Unterbrechungen die Welt um sie wie ein unendliches Geräusch sie fühlte wie dadurch etwas in ihr entstand wie wenn man am Meer geht ein sich uneindrückbar fühlen in dieses Tosen das jedes Tun und jeden Gedanken bis auf den Augenblick weg reißt und allmählich ein Unsicher werden und ein langsames sich nicht mehr begrenzen können und spüren und ein Selbst verfließen in einen Wunsch zu schreien eine Lust nach unglaublich maßlosen Bewegungen in irgendeinen wurzellos aus ihr empor wachsenen Willen etwas zu tun ohne Ende nur um sich daran zu empfinden Es lag eine saugende schmatzend verwüstete Kraft in diesem verloren gehen wo jede Sekunde wie eine wilde abgeschnittene verantwortungslose Einsamkeit ohne Gedächtnis blöd in die Welt starrte und es riß Gebärden und Worte aus ihr heraus die irgendwoher neben ihr vorbeikamen und doch noch sie waren und der Ministerialrat saß davor und musste gewahren wie es etwas das in sich verborgen das Geliebte ihres Leibes trug ihm näherte und schon sah sie nichts mehr als diese unaufhörliche Bewegung mit der sein Bart auf und nieder ging während er sprach gleichmäßig einschläfernd wie der Bart einer schauerlichen halblaute Worte kauenden Ziege sie tat sich so leid zugleich war es ein wiegend summender Schmerz dass dies alles möglich sein konnte der Ministerialrat sagte ich sehe es ihnen an dass sie eine von jenen Frauen sind deren Schicksal es ist von einem Sturm hinweg gerissen zu werden sie sind stolz und möchten es verbergen aber glauben sie mir einen Kenner der Frauenseele täuscht das nicht es war als senke sie ohne aufhören in ihre Vergangenheit hinein aber wenn sie um sich sah fühlte sie bei diesem sinken durch Seelenzeiten die wie tiefes Wasser übereinander geschichtet waren die Zufälligkeit nicht dass diese Dinge um sie jetzt so aussahen sondern dass dieses Aussehen sich auf ihnen hielt als ob es fest zu ihnen gehörte wieder natürlich eingekrallt wie ein Gefühl das über seine Zeit hinaus nicht von einem Gesicht will und es war sonderbar wie wenn in dem leise rinnenden Faden des Geschehens plötzlich ein Glied zersprungen und aus der Reihe heraus in die Breite gefahren wäre es erstarrten allmählich alle Gesichter und alle Dinge in einem zufälligen plötzlichen Ausdruck winkelrecht quer durch eine wiedergewöhnliche Ordnung untereinander verbunden und nur sie glitt mit schwankend ausgebreiteten Sinnen zwischen diesen Gesichtern und Dingen abwärts dahin der große durch die Jahre geflochtene Gefühlszusammenhang ihres Daseins wurde dahinter in der Ferne einen Augenblick lang kahl für sich bemerkbar fast wertlos sie dachte man gräbe eine Linie ein irgendeine bloß zusammenhängende Linie um sich an sich selbst zwischen dem stumm davonragend dastehender Dinge zu halten das das ist nur die nur die Angst nur schwäche vor der schrecklich auseinander klaffenden zufälligkeit all dessen was man tut der ministerialrat sagte noch es ist ein schicksal es gibt männer deren schicksal das bringende unruhe ist man soll sich hier öffnen es schützt nichts davor aber sie hörte es kaum ihre gedanken gingen indessen in sonderbaren fernen gegensätzen sie wollte mit einem Satz mit einer großen unbedachten Gebärde sich freimachen und dem geliebten zu füßen stürzen sie fühlte dass sie es noch gekonnt hätte aber etwas zwang sie vor dem schreienden gewaltsamen daran einzuhalten vor diesem strom sein zu müssen um nicht zu versickern sein leben an sich zu pressen um es nicht zu verlieren selbst nur zu singen um nicht plötzlich ratlos zu verstummen sie wollte es nicht etwas zögerndes nachdenklich gesprochenes schwebte ihr vor nicht schreien wie alle um die stille nicht zu spüren auch nicht gesang nur ein flüstern ein still werden nichts leere und und mal kam ein langsames lautlose sich vorschieben über den Randbeugen der ministerialrat sagte lieben sie nicht das schauspiel ich liebe in der kunst die feinheit des guten endes die uns über das alltägliche tröstet das leben enttäuscht bringt so oft um den akt schluß aber wäre das nicht öde Natürlichkeit sie hörte es plötzlich ganz dicht und deutlich noch war irgendwo eine Hand eine spärlich nachgeschobene Wärme ein Bewusstsein du aber da ließ sie sich los und irgendeine Sicherheit trug sie jetzt noch einander das letzte sein zu können wortlos ungläubig zusammengehörig wie ein Gewebe von Tod süßerer Leichtigkeit wie ein Arabeske für einen noch nicht gefundenen Geschmack jeder ein Klang der nur in der Seele des Anderen eine Figur beschreibt nirgends wenn sie nicht zuhört der Ministerialrat richtete sich auf und blickte sie an sie fühlte sich plötzlich vor ihm stehen und fern von sich jenen einen geliebten Menschen er mochte irgendetwas denken ihr fiel ein dass sie es nicht wissen konnte in ihr selbst taumelte zu gleicher Zeit ein wegloses Empfinden von der Dunkelheit ihres Leibs geschützt in diesem Augenblick empfand sie ihren Körper der alles was er fühlte wie eine Heimat umhegte als eine unklare Hemmung sie spürte sein Gefühl von sich das näher als alles andere um sie geschlossen war mit einem Mal wie eine unentrinnbare Treulosigkeit die sie von dem Geliebten trennte und in einem ohnmächtig auf sie niedersinkenden noch nie gekannten Erlebnis war ihr als verkehrte sich ihr die letzte Treue die sie mit ihrem Körper warte in einem unheimlichen innersten Grunde in ihr Widerspiel vielleicht hatte sie dann nichts als den Wunsch diesen Leib ihrem Geliebten hinzugeben aber durchzittert von der tiefen Unsicherheit der seelischen Wirte faßte er sie wie das Verlangen nach jenem Fremden und während sie in die Möglichkeit starrte daß sie sich noch wenn sie ihren Körper das sie zerstörende erlitte durch ihn als sie selbst empfinden würde und vor seinem geheimnisvoll jeder seelischen Entscheidung ausweichenden Gefühl von sich wie vor etwas finster und leer sie in sich selbst einschließendem erschauderte lockte sie bitterselig ihr Leib ihn von sich zu stoßen in der Wehrlosigkeit der sinnlichen Verlorenheit von einem Fremden ihn niedergestreckt und wie mit Messern aufgebrochen zu fühlen ihn mit Grauen und Ekel und Gewalt und ungewollten Zuckungen füllen zu lassen und ihn in einer seltsam bis zur letzten Wahrhaftigkeit geöffneten Treue um dieses Nichts dieses Schwankende dieses Gestaltlose überall diese Krankengewissheit von Seele dennoch dennoch den Rand einer traumhaften Wunde zu füllen der in den Schmerzen des endlos erneuten zusammenwachsen wollens vergeblich den anderen sucht aufgenommen was der Ministerialrat sagte ich weiß nicht ob er es ertragen könnte zum ersten Mal sprach sie da von ihrem Mann sie schrak auf es schien nichts ins wirkliche zu gehören aber schon fühlte sie die unaufhaltsame Macht des ins Leben entlaufenden Worts rasch zufassend sagte der Ministerialrat ja lieben sie ihn denn es entging ihr nicht das lächerliche der vermeintlichen Sicherheit mit der er zustieß und sie sagte nein nein ich liebe ihn ja gar nicht zitternd und entschlossen als sie oben in ihrem Zimmer war verstand sie es kaum noch aber fühlte den vermummten unbegreiflichen Reiz ihrer Lüge sie dachte an ihren Mann zuweilen leuchtete etwas von ihm auf wie wenn man von der Straße in er hellte Zimmer blickt daran fühlte sie erst was sie tat er sah schön aus sie wollte bei ihm stehen dann strahlte dieses Licht auch in ihr aber sie duckte sich in ihre Lüge zurück und dann stand sie wieder außen auf der Straße im Finstern es fror sie dass sie lebte tat ihr weh jedes ding das sie ansah jeder atem zog wie in eine warme strahlende kugel konnte sie in jenes gefühl zu ihrem Mann schlüpfen sie war dort geschützt die dinge stießen nicht wie scharfe schiffsschnäbel durch die nacht sie wurden weich aufgefangen gehemmt und sie wollte nicht sie erinnerte dass sie schon einmal gelogen hatte nicht früher denn nie war es eine Lüge damals das war einfach sie aber einmal im spätem obwohl es die wahrheit war bloß als sie sagte dass sie spazieren gegangen sei abends zwei stunden lang hatte sie gelogen sie begriff plötzlich dass sie damals zum ersten mal gelogen hatte so wie sie vorhin im zimmer unten zwischen den menschen saß ging sie damals durch die straßen verloren hin und her unruhig wie ein verlaufener hund und sah in die häuser und irgendwo öffnete irgendjemand einer frau seine tür mit seiner liebenswürdigkeit seiner gebärde mit dem aussehen seines empfangs zufrieden und irgendwo anders ging einer mit seiner frau zu besuch und war vollkommene würde gatte und gleichgewicht und überall waren wie in einem breiten gleichmütig alles beherbergenden Wasser kleine wirbelnde Mittelpunkte mit einem Kreisen um sich einer nach innen sehenden Bewegung die irgendwo plötzlich blind fensterlos ans gleichgültige grenzte und überall innen war dieses gehalten werden vom eigenen wiederhall in einem engen raum der jedes wort auffängt bis zum nächsten verlängert damit man nicht hört was man nicht ertragen könnte den Zwischenraum den Abgrund zwischen den Stößen zweier Handlungen in dem man von dem Gefühl von sich fortsinkt irgendwo hin in das Schweigen zwischen zwei Worten das ebenso gut das Schweigen zwischen den Worten eines ganz anderen Menschen sein könnte und da befiel es sie im Geheimen irgendwo unter diesen lebt ein Mensch ein Unpassender ein anderer aber man hätte sich ihm noch anpassen können und man würde nie etwas von dem ich wissen dass man heute ist denn Gefühle leben nur in einer langen Kette anderer einander haltend und es kommt bloß darauf an dass ein Punkt des Lebens sich ohne Lücke an den anderen reiht und es gibt hundert Weisen und dadurch fuhr sie zum ersten Mal seit ihrer Liebe der Gedanke es ist ein Zufall durch irgendeinen Zufall wurde es wirklich und dann hält man es fest und sie fühlte sich zum ersten Mal undeutlich bis auf den Grund und spürte dieses letzte die Wurzel die Unbedingtheit zerstörende antlitzlose Gefühl von sich in ihrer Liebe und das sie auch sonst immer wieder zu ihr selbst gemacht hätte und sie von niemandem unterschied und da war ihr als müßte sie sich sinken lassen wieder ins treibende ins unverwirklichte ins nirgend zu hause und sie lief durch die traurigkeit der leeren straßen und sah in die häuser und wollte keine andere gesellschaft als den laut ihrer absätze auf den steinen indem sie sich bis auf das bloß lebendige eingeschränkt laufen hörte bald vor sich bald hinter sich und während sie damals nur das zerfallende begriff den unaufhörlich bewegten hintergrund unverwirklichter gefühlsschatten vor dem jede kraft sich aneinander zu halten abglitt die entwertung das unbeweisbare vom verstand nicht zu fassende des eigenen lebens und fast weinte verwirrt und ermüdet von der verschlossenheit in die sie eintrat hatte sie jetzt in dem Augenblick wo es ihr wieder einfiel was an Vereinigung darin war bis zu Ende erlitten in dieser durchscheinend schimmernd dünnen Verletzlichkeit der lebensnotwendigen Einbildungen das Traum Dunkel Enge nur durch den Anderen Sein das Inseleinsame des Nicht Erwachen Dürfens dieses wie zwischen zwei Spiegeln gleitende der Liebe hinter denen man das Nichts weiß und sie fühlte sich hier in diesem Zimmer von ihrem falschen Geständnis wie von einer Maske bedeckt auf das Abenteuer eines anderen Menschen in ihr wartend das wunderbare gefahrvolle steigernde Wesen der Lüge und des Betrugs in der Liebe heimlich aus sich heraustreten ins Nicht mehr dem Anderen Erreichbare ins Gemiedene in die Auflösung des Alleinseins um der großen Wahrhaftigkeit willen in die Leere die zuweilen einen Augenblick lang sich hinter den Idealen auftut und mit einem Mal hörte sie verheimlichte Schritte ein knarrender Treppe ein Stehenbleiben vor ihrer Tür ein leise auf der Diele knarrendes Stehenbleiben ihre Augen richteten sich gegen den Eingang Es erschien ihr sonderbar daß hinter diesen dünnen Brettern ein Mensch stand Sie fühlte nur den Einfluss des Gleichgültigen dabei des Zufälligen dieser Tür an deren beiden Seiten sich Spannungen einander unfindbar stauten Sie hatte sich schon entkleidet Auf dem Stuhl vor dem Bett lagen ihre Röcke noch so wie sie sie eben von sich gestreift hatte Die Luft dieses heute an den morgen an jenen vermieteten Zimmers betastete sich mit dem Duft von ihrer Innenseite Sie sah im Zimmer umher Sie bemerkte ein messignes Schloss das schief an einer Kommode herabhing Ihre Augen wallten auf einem kleinen zerschabten von vielen Füßen vertretenen Teppich vor ihrem Bett Sie Sie plötzlich an den Geruch der von der Haut dieser Füße ausging und hineinging in Seelen fremder Menschen hineinging vertraut schützend wie der Geruch des Elternhauses Es war eine eigentümlich zwiefältig flimmende Vorstellung bald fremd und ekelerregend bald unwiderstehlich als strömte die Eigenliebe alle dieser Menschen in sie herüber und ihr bliebe nichts von sich als ein zusehendes bemerken Und noch immer stand jener Mensch vor ihrer Tür und regte sich nur in kleinen unwillkürlichen Lauten Da packte sie eine Lust sich auf diesen Teppich zu werfen die ekligen Spuren dieser Füße zu küssen und wie eine schnuppende Hündin sich an ihnen zu erregen Aber es war nicht Sinnlichkeit sondern nur mehr etwas das wie ein Wind heulte oder wie ein Kind schrie Sie kniete sich plötzlich zur Erde Die steifen Blumen des Teppichs rangten sich größer und verständnislos vor ihren Augen Sie sah ihre schweren frauenhaften Schenkel hässlich darüber gebeugt wie etwas ganz Sinnloses und doch mit einem unverständlichen Ernst Gespanntes ihre Hände starrten einander auf dem Boden wie zwei fünffach gegliederte Tiere an Die Lampen draußen fiel ihr mit einem Mal ein mit ihren grauenhaft stumm an der Decke wandernden Ringen die Wände die die Wände die Leere und wieder der Mensch der dort stand manchmal bewegt knarrend wie ein Baum in der Rinde sein drängendes Blut wie buschiges Laubwerk im Kopf während sie hier auf den Gliedern lag bloß hinter einer Tür und irgendwie trotzdem die volle Süße ihres reifen Leibs empfand mit jenem unverlorenen Rest von Seele der noch bei zerstörenden Verletzungen reglos neben der auseinanderbrechenden Entstelltheit steht in ein schweres ununterbrochenes wahrnehmen davon weggerichtet wie neben einem gefallenen Tier dann hörte sie vorsichtig den Menschen fortgehen und begriff plötzlich noch herausgerissen aus sich dass das die Untreue war stärker bloß als die Lüge sie richtete sich langsam auf den Knien empor sie starrte in das unbegreifliche dass es jetzt schon wirklich gewesen sein könnte und zitterte wie wenn man bloß vom Zufall ohne eigene Kraft aus seiner Gefahr befreit wurde und versuchte es auszudenken sie sah ihren Körper unter dem des Fremden liegen mit einer Deutlichkeit der Vorstellung die wir kleines Gerinnsel in alle Einzelheiten floss sie fühlte ihr blass werden und die errötenden Worte der Hingabe und die Augen des Menschen niederhaltend über ihr stehend gespreitet gespreitet über ihr stehend gesträubte Augen wie Raubvogelflügel und dachte fortwährend das ist die Untreue und es fiel ihr ein wenn sie von dem zu ihm zurück käme müsste er sagen ich kann dich nicht von innen fühlen und sie hatte als Antwort nur ein wehrloses Lächeln ein Lächeln glaub mir es war nichts gegen uns und empfand trotzdem in diesem Augenblick ihr Knie sinnlos gegen den Boden gepresst wie ein Ding und fühlte sich darin unzugänglich mit dieser wehen ungeschützten Gebrechlichkeit der innersten Menschenmöglichkeiten die kein Wort keine Wiederkehr festhält und in den Zusammenhang des Lebens ordnet es war kein Gedanke mehr in ihr sie wusste nicht ob sie Unrecht tat es war alles um sie wie ein seltsamer einsamer Schmerz ein Schmerz der wie ein Raum war ein aufgelöster schwebender und doch wie um ein mildes dunkel zusammenhängender leise steigender Raum es blieb unter ihm allmählich ein starkes deutliches gleichgültiges Licht zurück in dem sie alles sah was sie tat diesen stärksten aus ihr herausgerissenen Ausdruck der Überwältigung diese größte vermeintliche heraufgeholtheit und hingegebenheit ihrer Seele zusammengesunken klein kalt mit verlorener Beziehung weit weit unter ihr und nach langer Zeit war es als ob wieder ein vorsichtig tastender Finger die Klinke suchte und sie wusste den Fremden lauschend vor ihrer Tür es schwirrte schwindelnd in ihr auf zum Eingang zu kriechen und den Riegel zu lösen aber sie blieb in der Mitte des Zimmers auf der Erde liegen es hielt sie noch einmal etwas auf ein hässliches Gefühl von sich ein Gefühl wie einst wie ein Hieb durchschnitt ihre Sehnen der Gedanke es möchte alles nur ein Rückfall in ihre Vergangenheit sein und plötzlich hob sie die Hände hilf mir du hilf mir und fühlte es als Wahrheit und es war ja doch nur ein leist zurück streichelnder Gedanke wir kamen aufeinander zu geheimnisvoll durch Raum und Jahre nun dringe ich in dich ein auf schmerzhaften Wegen und dann kam die Ruhe die Weite das hereinströmen der schmerzhaft gestauten Kräfte nach dem Durchbrechen der Wände wie ein glänzend stiller Wasserspiegel lag ihr Leben Vergangenheit und Zukunft in der Höhe des Augenblicks es gibt Dinge die man nie tun kann man weiß nicht warum es sind vielleicht die wichtigsten man weiß es sind die wichtigsten man weiß dass eine fürchterliche Beklemmung auf dem Leben liegt eine steife Enge wie auf Fingern im Frost und manchmal löst sich das manchmal wie Eis von Wiesen man ist nachdenklich eine dunkle Helligkeit ist man die sich in die Weite dehnt aber das Leben das knöcherne Leben das entscheidende Leben hakt sich achtlos anderswo Glied in Glied man handelt nicht sie erhob sich plötzlich vollends und der Gedanke es tun zu müssen trieb sie lautlos vorwärts ihre Hände lösten den Riegel aber es blieb still niemand pochte sie öffnete die Tür und sah hinaus niemand die leeren Wände starrten in dem trüben Licht der Lampe um einen leeren Raum sie musste es nicht gehört haben als er wegging sie legte sich nieder vorwürfe gingen ihr durch den Kopf schon vom Schlaf umrendert empfand sie ich tue dir weh aber sie hatte das seltsame Gefühl alles was ich tue tust du schon im Schlaf vergessend war ihr wir geben alles preis was sich preis geben lässt um uns mit dem woran niemand herankann fester zu umschlingen und nur einmal für einen Augenblick ganz wach herauf geschleudert dachte sie dieser mensch wird über uns siegen aber was bedeutet siegen und ihr denken glitt schläfernd an dieser frage wieder hinab sie empfand ihr schlechtes gewissen wie eine letzte sie begleitende zärtlichkeit eine große dunkle die welt tiefende eigensucht hob sich über sie wie über einen der sterben muss sie sah hinter ihren geschlossenen Augen büsche wolken und vögel und wurde so klein dazwischen und doch war alles nur wie für sie da und es kam ein Augenblick des sich schließens und alles Fremde aus sich ausschließens und in einer halb schon verträumenden Vollendung eine große ganz rein sie enthaltende Liebe ein zitterndes Auflösen aller scheinbaren Gegensätze der Ministerialrat kam nicht wieder so schlief sie ein ruhig bei offener Tür wie ein Baum auf der Wiese Am nächsten Morgen setzte ein linder geheimnisvoller Tag ein ihr erwachen war wie hinter hellen Gardinen die alles wirkliche des Lichts außen zurückhalten sie ging spazieren der Ministerialrat begleitete sie etwas schwankendes wie eine Trunkenheit von der blauen Luft und dem weißen Schnee war in ihr sie kamen an den Rand des Orts sie sahen hinaus die weiße Fläche hatte etwas strahlendes und feierliches sie standen an einem Zaun der einen kleinen Feldweg sperrte eine Bäuerin schüttelte den Hühnern das Futter ein Fleckchen gelbes Moos leuchtete ganz hell in den Himmel glauben sie fragte Claudine und blickte durch die Gasse zurück in die lichtblaue Luft und führte den Satz nicht zu Ende und sagte nach einer Weile wie lange mag dieser Kranz dort hängen ob die Luft es spürt wie lebt er sonst sagte sie nichts und wußte auch nicht warum sie dies sagte der Ministerialrat lächelte ihr war als stünde alles in Metall gegraben und noch zitternd von dem Druck der Stichel sie stand neben diesem Menschen und während sie fühlte dass er sie ansah und was immer an ihr bemerken mochte ordnete sich in ihrem Inneren etwas und lag hell und weit wie Feld neben Feld unter den Augen eines kreisenden Vogels dieses Leben blau und dunkel und mit einem kleinen gelben Fleck was will es dieses locken der Hühner und leise aufschlagen der Körner durch das es plötzlich wieder Schlag einer Stunde geht zu wem spricht es dieses Wortlose das sich in die Tiefe hineinfrisst und nur manchmal durch den engen Spalt weniger Sekunden in einem vorübergehenden heraufschießt und sonst tot bleibt was soll es sie blickte es an mit schweigenden Augen und spürte die Dinge ohne sie zu denken bloß wie Hände manchmal auf einer Stirn ruhen wenn nichts mehr sagbar ist und dann hörte sie alles nur mehr mit einem Lächeln der Ministerialrat glaubte die Maschen seines Gewebes sorgfältig enger um sie zu ziehen sie ließ ihn gewähren es war ihr nur während er redete wie wenn man zwischen Häusern geht in denen Menschen sprechen in das Gefüge ihres Nachdenkens schob sich zu Wahlen ein zweites und zog ihre Gedanken mit sich dahin dorthin sie folgte ihm freiwillig tauchte dann für eine Weile wieder in sich selbst auf halb dämmernd versank so ein leises durcheinander fließendes Gefangennehmen war es dazwischen spürte sie als ob es ihr eigenes Gefühl wäre wie dieser Mensch sich liebte die Vorstellung seiner Zärtlichkeit für sich erregte sie leise sinnlich es war ein still werden darum wie wenn man in einem Bezirk trat in dem stumme andere Entscheidungen gelten sie fühlte sich von dem Ministerialrat gedrängt und fühlte sich nachgeben aber es kam nicht darauf an es saß bloß etwas in ihr wie ein Vogel auf einem Ast und sank sie aß leicht zur Nacht und ging früh schlafen es war alles schon ein wenig tot für sie keine sinnlichkeit mehr trotzdem wachte sie nach kurzem schlummer auf und wußte er sitzt unten und wartet sie nahm ihre Kleider und zog sich an stand auf und kleidete sich an nicht sonst kein Gefühl kein Gedanke nur ein fernes Bewusstsein von Unrechtem vielleicht auch als sie fertig war ein nacktes nicht genügend geschütztes Gefühl sie kam hinunter das Zimmer war leer tische und stühle hatten etwas nachtwach ungefähr ragendes in einer ecke saß der ministerialrat sie hatten irgendetwas im gespräch gesagt vielleicht ich fühle mich oben allein sie wußte in welcher weise ihr es missverstehen musste nach einer weile fasste er ihre hand sie stand auf zögerte dann lief sie hinaus sie fühlte dass sie es wie eine dumme kleine frau tat und es war ihr ein reiz auf der treppe hörte sie schritte erfolgen die stufen ächzten sie dachte plötzlich irgendetwas sehr fernes sehr abstraktes und der körper zitterte dabei um sie wie ein tier das in einem wald verfolgt wird der ministerialrat sagte dann als er bei ihr im zimmer saß beiläufig dies nicht wahr du liebst mich ich bin zwar kein künstler oder philosoph aber ein ganzer mensch ich glaube ein ganzer mensch und sie antwortete was ist das ein ganzer mensch sonderbar fragst du ereiferte sich der ministerialrat aber sie sagte nicht so ich meine wie sonderbar dass man einen gern hat eben weil man ihn gern hat seine augen seine zunge nicht die worte sondern den klang der küßte sie der ministerialrat so also liebst du mich und Claudine fand noch die kraft zu entgegnen nein ich liebe dass ich bei ihnen bin die Tatsache den Zufall dass ich bei ihnen bin man könnte bei den Eskimos sitzen in Hosen aus Fell und hängende Brüste haben und das schön finden gäbe es denn nicht auch andere ganze Menschen aber der ministerialrat sagte du irrst dich du liebst mich du kannst dir bloß noch nicht Rechenschaft darüber geben und gerade das ist das Zeichen der wahren Leidenschaft unwillkürlich wie sie ihn so sich über sich breiten fühlte zögerte etwas in ihr aber er bat sie o schweig und Claudine schwieg nur noch einmal sprach sie während sie sich entkleideten sie begann zwecklos zu reden unpassend vielleicht wertlos bloß wie ein schmerzliches über etwas hinstreicheln war es es ist wie wenn man durch einen schmalen Pass tritt Tiere Menschen Blumen alles verändert man selbst ganz anders man fragt wenn ich hier von Anbeginn gelebt hätte wie würde ich über dies denken wie jenes fühlen es ist sonderbar dass es nur eine Linie ist die man zu überschreiten braucht ich möchte sie küssen und dann rasch wieder zurückspringen und sehen und dann wieder zu ihnen und jedes Mal beim Überschreiten dieser Grenze müsste ich es genauer fühlen ich würde immer bleicher werden die Menschen würden sterben nein einschrumpfen und die Bäume und die Tiere und endlich wäre alles nur ein ganz dünner Rauch und dann nur eine Melodie durch die Luft ziehend über eine Leere und noch einmal sprach sie bitte gehen sie weg sprach sie mir ekelt aber er lächelte nur da sagte sie bitte geh weg und er seufzte befriedigt endlich endlich du liebe kleine träumerin sagst du du und dann fühlte sie mit schaudern wie ihr körper trotz allem sich mit wollust füllte aber er war dabei als ob sie an etwas dächte das sie einmal im frühling empfunden hatte dieses für alle da sein können und doch nur wie für einen und ganz fern wie Kinder von Gott sagen er ist groß hatte sie eine Vorstellung von ihrer Liebe